So und damit hallo Freunde zum Dienstag-Stremen, also abends, Dienstag-Abends-Stremen. Heute bin ich unter anderem überstrahlt, plus zusätzlich, ich wollte Tempest heute spielen. Ich habe es die Tage nämlich mal ein bisschen gespielt wieder mit den aktuellen DLCs und Tempest hatten wir schon mal vor Ewigkeiten in einem angespielt. Es ist inzwischen in der Version 1.3.1, es gibt neue Storytelling und es ist halt eigentlich ein kleines Piratenspielchen, was ein bisschen mit Mystik gepaart ist. In einer Pseudo-Sandbox-Welt, die gar nicht so Sandbox ist, weil es halt Auftragsstrenge gibt, die man verfolgen kann. Ich habe noch nicht alles davon gesehen, ich habe aber die letzten Tage immer mal wieder so ein, zwei Stündchen da rein investiert und mir das angeguckt. Und deshalb wollte ich gerne mal ein Streaming-Abend da auf ein bisschen investieren und mir das Ganze ein wenig genauer angucken mit euch zusammen. Wenn dem genehm ist, ich habe es eh schon entschieden. Ich habe übrigens meinen Fortschritt zurückgesetzt, kann man nämlich hier in dem Spiel so schön machen. Es ist keine Grafikkure, aber es sieht alles okay aus und ich habe nur eine Sache verändert, falls ihr das Spiel kennt. Ich habe das Automatischießen mit maximaler Treffsicherheit aktiviert. Das werdet ihr gleich sehen, was das bedeutet. Es gibt hier auch eine Touch-Steuerung, weil ich glaube, das Spiel gibt es auch inzwischen für Tablets. Aber ist insgesamt, wenn man sich so ein bisschen da reinfuckt, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Deshalb, wir starten einfach das Spiel mal. Am Anfang ist es eine Form von Tutorial, also da ist eigentlich unser aktuelles Schiff gerade. Man fährt einfach mal ein bisschen rum. Hier sehen wir übrigens die Reichweite-Linien von unseren Seitenkanonen. Es geht darum, dass wir unsere Kanonen abfeuern. Alle Interface sind so ein bisschen größer, weil ich glaube, es ist mir, glaube ich, wirklich am Anfang ein reines Tabletspiel gewesen. Aber es spielt sich halt eigentlich auf dem PC auch ganz okay. Und genau, warte, bis die Kanonen nachgeladen werden. Wir sehen da die Treffsicherheit, die zunehmend hier in der Mitte. Und wenn die Kanonen halt geladen sind, können wir schießen. Es kommt aber immer so eine Action-Cam. Und ich habe halt eingestellt, dass wenn diese Leiste voll ist, automatisch gefeuert wird. Also ich muss keine Taste dann mehr drücken. Aber es gibt auch mystische Fähigkeiten. Jetzt gerade, der hat nämlich diesen einen Kanonenschuss zum Beispiel mit einem Schild abgewehrt. Und das ist, weil es gibt solche mystischen Gegenstände, die kann man auf die Schiffe setzen und dadurch zum Beispiel Schüsse abwehren. Aber es gibt auch welche, die erzeugen Feuer, Regen. Es gibt riesige Ungeheuer hier in den Welten inzwischen auch. Da sehen wir es wieder mal. Upsala. Ich habe nach links gedrückt und es hat sich selbst ausgemacht, das Spiel. Wahrscheinlich... Ach, scheiße. Komisch. Naja, da müssen wir nochmal kurz starten. Ich mache was automatisch mit Maximal Treffsicherheit. Schießen. Aus. Wir können jetzt auch die Einleitung überspringen einfach mal. Also generell geht es darum, mir wird mein Schiff zerstört. Und ein schreckliches Seeungeheuer hat das Schiff halt auseinandergenommen. Es war der ganze Scholz, äh, Stolz, meine Henrietta. Eines Tages finde ich diese Kreatur und dann werde ich sie mit Kanonenkugeln füttern. Das schwöre ich. Jetzt muss ich allerdings meine alten Offiziere zusammentrommeln und mir ein besseres Schiff besorgen. Reise zur Insel Janett. Vielleicht ist dort der alte Rick. Letzten Monat, als der Mond voll war, haben Seefahrer vielerorts ein grün-blaues Leuchten im Wasser gesehen. Das Leuchten wurde sowohl in den östlichen Gewässern als auch in der Geistersee beobachtet. Es heißt, Land sei aus der See emporgestiegen und Gebäude, die vorher verborgen gewesen waren. Von zuverlässigen Quellen habe ich erfahren, wo diese Orte zu finden sind. Das ist übrigens schon DLC, das geheime Land. Und die Tochter des Kaisers ist auch ein DLC. Und Maximus Weg. So, Akademie, da kann man übrigens so ein paar Bonis holen. Man kann theoretisch überall übrigens, wenn irgendwas in der Nähe ist, ähm, ja. Ah doch, man kann immer auf die Karte auch gucken. Hat aber diese Übersichtskarte, um es einzusetzen. Am Anfang können wir übrigens, ähm, zwei Skills verbessern. Da gibt es halt alles mögliche, ne. Navigieren, mehr Energie haben. Das hat hier was mit diesen Alchemie-Gegenständen zu tun. Ähm, Treffsicherheit. Hier sind aber so ein paar Fähigkeiten, die schießen nicht aus. Das ist zum Beispiel entweder Reichweite oder Treffsicherheit. Heilendfähigkeiten, weil die Crew halt auch Schäden nehmen kann. Dass du ein Reparatur-Limit hast, wie weit du dein Schiff auf offener See reparieren kannst. Dann hast du noch Schützen. Und eine Ausweichfähigkeit. Verringert den little Schaden beim Entern. Weil du kannst auch andere Schiffe halt entern und halt so dann mitnehmen. So, ich werde aber jetzt hier am Anfang, weil ich damit beim Besetz immer gut gefahren bin, die Treffsicherheit hochziehen. Rechts oben ist das Gold, was wir besitzen. Hier in der Mitte ist das, dieses Artefakt ausrüsten. Und da ist unser Schiff. Das sind übrigens alles nur optische Sachen, die wir verändern können am Schiff. Wie zum Beispiel Schiffsgestaltung oder eine Galleonsfigur und all so ein Kram. Und hier rechts sind unsere eigentlichen Werte. Höchste Treffergenauigkeit können wir durch Kanonenwechsel und so weiter verbessern. Und unsere Lagerkapazität. Weil wir sind am Anfang immer Piraten. Später kann man andere Flaggen dazukaufen und mit Hilfe diesen Flaggen speziell bei unterschiedlichen Fraktionen seinen Ruf verbessern. Das sind unsere Leute. Es gibt halt drei Deck-Crews. Einmal die Kämpfer, die beim Intern halt eingesetzt werden. Die Kanoniere, die unter Deck sind. Und die Segler, die halt oben drauf sind. Und dementsprechend, wie gut die sind, umso höher wird halt die Effizienz werden. Wir können zum Beispiel einen Schiffsjungen runterschicken und schaffen halt die 103% Effizienz bei den Kanonen und können so halt gewisse Werte auch verbessern. Von der Effizienz her. So. Jetzt ist das alles ein bisschen verschoben, weil ich habe mich einen Schiffsjungen hochgezogen und einen von den besseren, also von den vollwertigen Piraten, oder Neuling heißen die, nach unten gezogen. Und man kann halt in unterschiedlichen Häfen, man verliert auch manchmal Leute, die sind verletzt, kannst du mit dem Bezin dann heilen. Kann man die halt da unten, ähm, wieder zum Leben holen. So, dann gucken wir mal. Weil es kam letztens auch ein neues DLC raus und es ist halt, ich glaube es ist alles ein DLC mit Asia-Setting. Ein DLC, ich müsste mal selbst nochmal nachgucken. Ach, auf jeden Fall eins war mit Asia-Setting. Und es sind halt dann neue Geschichtsstränge, die man verfolgen kann. Aber wir reisen jetzt erstmal zu Janett. Übrigens solche Kontakte mit Piraten und so weiter müssen wir nicht machen. Man kann das automatisch machen, nimmt halt ein bisschen Loot auf den Weg mit, aber das Schiff nimmt halt Schaden, ne. Das Schiff hat übrigens drei unterschiedliche HP-Werte hier unten links. Das ist einmal die Segelintegrität, dann die Besatzung, also die Kämpfer. Wie stark die halt wären, wenn wir jetzt ein feindliches Schiff entern würden. Und das hier unten ist die Rumpfstärke, bevor wir sinken würden. So, wie ich dachte, wartet der alte Rick in der Taverne auf mich. Wir treffen uns dort jedes Mal, wenn sich unsere Wege getrennt haben. Er erzählte, dass sein Bruder Jack auf den Inseln Luisa und Amelia nach mir gesucht hatte. Ich glaube, ich sollte nach ihm suchen. Reise zu den Inseln Luisa und Amelia. Vielleicht ist der Bruder vom alten Rick irgendwo dort. So, und jeder Crewman... Na, ich bin manchmal mit dem Menü... Genau. Können wir hier als Offizier einsetzen. Und die verbessern halt gewisse Werte. Das ist ja zum Beispiel Segelstärke plus 60, Panzerung plus 1 auf Segel und Geschwindigkeit plus 1, wie ich ihn einsetze. Und so findet man halt mehr Crewman, auch für die Kanoniere später. Hier sehen wir übrigens, ähm, unterschiedliche Missionen, die wir für die erfüllen können. Die Anzahl der Missionen, die wir machen können, hat damit zu tun, wie wir zu der Fraktion gerade stehen. Zu den Piraten minus 17, aber Piraten sind immer nett, die reparieren uns nämlich immer bis zu einem gewissen Grad und schenken uns kostenlos Kanonenkugeln. Also jeder Fraktion hat hier gewisse, äh, ja, Benefits, die wir da einfordern können. Aber ich will jetzt meinen Missionslock nicht so voll machen, deshalb nehmen wir auch hier keine Aufträge an. Das sind halt separate Dinger. Ich werde erstmal meine Crew zusammensuchen. Das ist der Händler. Hier haben wir übrigens die Galleonsfiguren. Ähm, dann kannst du halt unterschiedliche Items auch kaufen, die halt helfen, wie zum Beispiel, äh, Sun-Bukungs-Statue, die den Schaden mit Pistolen und Nahkampfangriff erhöhen. Kannst auch sowas wie Rum kaufen. Und andere Ressourcen. Also man kann sogar auch handeln ein wenig. Weil es gibt Häfen, wo halt Preise reduziert sind. Es gibt Häfen, wo man recht teuer verkaufen kann. Und so weiter und so fort. So. Man kann einfach alles anzeigen lassen, was man hier handeln kann. Wir haben nur rostige Kanonenkugeln, aber wir sind eh noch gut beladen. Gut, wenn wir den Hafen verlassen wollen. Einfach M. Das ist der Maximus-Weg, da wollen wir gerade nicht hin. Wir wollen in die Piratenstadt hier. Ne, die Piratenstadt, das ist auch von dem DLC. Hö, hö, hö. Das ist mir hier das geheime Land, die Tochter des Kaisers. Piratenstadt, besuche deine Stadt. Besuche deine Stadt. Moment, wir gehen doch mal in die Piratenstadt. Obwohl ich glaube, dass das wirklich auch ein DLC-Inhalt war. Willkommen in deiner Stadt. Du hast diese Stadt gegründet. Schließ die Quäste ab, um sie weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ja, es war DLC. Wenn es deine Stadt weiterentwickeln soll, musst du sie gut geschützt sein. Errichte Wachtürme mit Kanonen, um für Sicherheit zu sorgen. Baue Wachtürme. Einen Ingenieur findest du in den Tiefenhöhlen. Ja, wenn man schon sieht, 20.000 Gold soll ich dafür ausgeben. Äh, äh. Naja. An der Akademie wirst du die Kunst der Seefahrt erlernen. Wenn du nach dem Abschluss noch Fragen hast, kannst du jede Aufgabe einzeln wiederholen. Und das sollte man wirklich machen, weil man hier einige Boni bekommt und auch sein erstes Artefakt umsonst raus. Es ist total lästig, hier die Mission zu machen, weil es halt wirklich von Null anfängt. Aber man kriegt halt ganz gute Boni dafür, was man echt wenig machen muss, ne? An der Schiffsflagge erkennst du die Windrichtung, wenn das Schiff dann mit der Wind von Achtern bläst. Also nicht auf die Segel achten, sondern immer auf die Flagge. Dann sieht man hier unten rechts auch schon. Ich hoffe, ich bin gerade nicht mit meinem dicken, fetten Kopf noch bin ich. Jedenfalls in der, ähm, Aufnahme hier und auch bei euch. Üpp. Ich geh mal ein bisschen rüber. Äh. Dass wir einen Plus bekommen. Bei der Segelgeschwindigkeit. Perfekt. Dieses Schiff segelt jetzt mit maximalem Tempo. Setz die Segel und erreiche die nächste Markierung. Und so von den kleinen Details, dass halt auch die Segel gehisst werden und so weiter, ist auch schon ganz in Ordnung alles. Ich glaube zur Zeit beim Sale kostet das Spiel auch nicht viel. Ein paar Euro. Drücke auf diese Taste, um zu beschleunigen und die nächste Markierung zu erreichen. Und ich glaube, früher ich das das erste Mal gespielt habe, gab es noch keine deutsche Übersetzung. Ich glaube, deshalb habe ich nicht alles verstanden. So, 300 Gold für nix. Bekommen. Da wird hier erklärt, äh, heuere zuerst seine Crew an und klicke dann und halte die linke Maustaste und ziel das Fenster nach links. Ja, das ist übrigens eine Sache, wo ich am Anfang gedacht habe, äh, verdammt dacke, wie komme ich überhaupt nach rechts rüber? Maustaste halten und rüber. Neulinge kosten kein Geld. Können wir sieben Stück rekrutieren. 16 können wir maximal haben. Und dann verteilt man die frisch auf dem Schiff. Und hier unten ist das mit den verwundeten Medizineinsätzen. Und das Spezialisieren. Das habe ich vorhin schon ein bisschen erklärt mit dem Bootsmann. 14,99 im Sale. Okay. Es sind doch 14 Euro noch im Sale. Es stieß, also beziehungsweise ich glaube die Bewertung war noch insgesamt ziemlich gut. Man muss halt nur wissen, es geht halt, es gibt halt auch Seeungeheuer, ne. Es ist halt nicht so klassisch nur Piraten. Genau, das war jetzt die Mission schon. Verkauft. Kaufe Güter, lege deine Güter im Lagerhaus, aber verkaufe deine Güter. Ich meine, es ist gerade ein bisschen schneller alles. Weil das mit dem Lagerhaus habe ich ja gerade schon mal erklärt. So. Jetzt habe ich 500 Kugeln ins Lagerhaus transportiert. Das setze ich eh gleich alles wieder zurück. Warum stehen da eigentlich Geschenke? An der Küste. So, erobere das Testschiff. Man musste übrigens vom Enter nicht so viel erwarten. Also, dem Enter hätte vielleicht gut getan, dass man da ein paar Spezialfähigkeiten noch einbaut. Jedenfalls, vielleicht gibt es die ja später. Ich weiß es nicht. Zur Zeit ist es sehr rudimentäres Afeinanderschlagen. Das werdet ihr aber gleich sehen. Es gibt natürlich auch Kanonenkugeln, die speziell die Segel zerstören. Oder die Mäste. Oder die Bevölkerung, sei es schon. Die besonders die gegnerische Crew kaputt macht. Hier, diese Schrapnellkugeln müssten das sein. So, Doppelkugeln wählen, um die Segel kaputt zu machen. Und dann hast du hier so einen roten Kreis und musst dann nur reinfahren. Dann enterst du das. Und dann wechselt er wirklich an eine 3D-Ansicht, was ich damals gar nicht so gedacht hätte. Dann kannst du wirklich mit deinem Kapitän rumrennen. Das ist halt wirklich sehr einfach gehalten. Und dann kann man entscheiden, das Schiff reparieren. Oder, ne, sein eigenes Schiff reparieren mit den Überresten des eroberten Schiffs. Deine Crew verstärken. Oder halt in dem Fall, jetzt machen wir ein Trophäenschiff. Und das eroberte Schiff nehmen wir da nicht mit zum Hafen und können das verkaufen. So. Theoretisch nehmen wir es mit. Ich glaube, Tutorial-technisch ist es das einfach nur gewesen. Platziere eine Kanone im Ausrüstungsort, platziere eine Verbesserung für die Kanone. Das kommt auch noch dazu. Es gibt unterschiedliche Kanonen, die unterschiedlich gut oder schlecht sind. Auf lange, also die Ladezeiten werden besser oder schlechter. Oder du hast eine höhere Treffsicherheit. Und dazu kannst du halt noch unterschiedliche Spezialisierungsverbesserungen, also Verbesserungen reinknallen. Wie die Gizze-Maschine. Die hat die Geschwindigkeit verlangsamt. Wie der Aufladzeit etwas erhöht. Die Reichweite erhöht. Treffergenauigkeit verbessert. Und so verbesserst du dein Schiff dann letztendlich. Es gibt da einen Unterschied, Segel auch noch und so weiter. Ich muss sagen, ähm, auch wenn natürlich Sid Meier Pirates das Letzte in die Richtung geht, ist es einfach nicht dasselbe. Ein richtiges Sid Meier Pirates, äh, fehlt immer noch. Freunde mit gewissen Vorzügen. Ja. Jetzt geht es nämlich darum, was ich auch vorhin erwähnt habe, dass die Piraten immer mein Schiff reparieren. Da muss ich mein Schiff erstmal bis 50% beschädigen. Wenn man es automatisch berechnet, sieht man halt, wie viel Kanonen das gekostet hat, wie viel Ruf. Und sieht unten links auch direkt, wie viel Schaden man genommen hat. Vielleicht sollte ich jetzt nicht Piraten die ganze Zeit kaputt machen. Obwohl, bei Piraten darfst du immer anlegen, auch wenn die dich nicht mehr mögen. Weil es sind halt Piraten. So. Da haben wir einen Debuff gehabt. Haben wir die Mission jetzt gerade überhaupt drin? Ja. So. Jetzt sind wir auch schon verlangsamt, weil unsere Segel so viel kaputt sind. Aber jetzt können wir unser Schiff halt reparieren lassen bei den Piraten. Es sind natürlich Vorteile, seine... Also die Kämpfe selbst zu machen. Allein schon, dass, wenn du automatisch berechnest, ein Schiff niemals eroberst. Diese EP, die wir hier sammeln, können wir übrigens nutzen, um unsere Crewmen zu verbessern. Also im Rang aufsteigen zu lassen. So. Und hier rechts oben können wir den auch noch 100% hoch reparieren lassen. Und zurück zur Akademie-Insel. Oh, Mobs ist ins Bett gegangen. Das wollte mal gerade gucken, weil ich hab nichts mehr gehört. Adlerauge, find und versenke ein Testschiff. Da geht's jetzt gleich um eine weitere Mechanik, die ich übrigens so niemals rausgefunden hätte ohne die Akademie. Und zwar mit einem Fernglas auf andere Schiffen gucken. Und dadurch kannst du genau sehen, ähm, beziehungsweise zum Einkriegst ein Wunst von plus 15% beim Treffen. Und du kannst halt jetzt sehen, wie stark halt die Besatzung ist und wie stark die Segel noch sind und wie stark der Rumpf ist. Damit ist halt Information über den Feind. Hier ist eine Belohnung. Ein Fernglas. Das sind alles noch Tutorial-Sachen gerade, ne? Nicht wundern, dass das alles gerade noch sehr rudimentär ist. So, versenke ich das gegnerische Schiff mit einem Artefakt. Und genau dafür mach ich eigentlich nur die Tutorials, weil du das Artefakt bekommst danach. Und das ist in dem Fall so ein Feuerregen. Das verbraucht Mana und hat halt einen Cooldown. Ist jetzt gerade natürlich voll übertrieben. Äh, untertrieben. Was einfach nur mit dem, mit dem Test zu tun hat. Und die Test-Schiffe haben halt auch nicht so viele, also nicht so viel Rumpf. Deshalb springen die jetzt sofort. So, dann kriege ich nämlich das kleine Feuerelementar. Glaube ich jedenfalls. Irgendwie so heißt das. Wo bist du? Ah ja, in der Mitte. Oder schwacher Feuersturm. Lässt Feuer vom Himmel auf deinen Gegner herabregnen. Wer wünscht dir sowas nicht? Für die Raudis an deiner Schule. Verkauf alten Portwein in deiner Stadt zum Rabatt. Verkauf alten Portwein in deiner Stadt zu einem höheren Preis. Und das sind halt dieses, dieses grüne Prozentzeichen zeigt an, wo Waren günstiger sind. Da muss eine Stadt finden, wo ein rotes Prozentzeichen ist. Weil du dadurch, ähm, einen Gewinn machen kannst mit den Waren. Übrigens muss die Crew auch alle paar Monate mal bezahlt werden. Das ist nämlich hier unten rechts auch angezeigt. Da sind die Preise auch reduziert. Geist auf dem Schiff. Da. So, hier kriegen wir nämlich 15% mehr. Perfekt, hier ist eine Belohnung. Ich glaube 30 Säcke Kaffee. Kann man auch direkt verkaufen, ist gutes Geld. 350 Kugeln, da können wir ein bisschen auffüllen. Obwohl, ne, hier ist ja alles teurer, lassen wir das. Hier kann man sich Feuerkugeln schenken lassen, das ist so eine Art wie ein Barbarenstamm. Und zurück zur Akademie. Ah, Moment, jetzt kommen wir mal eben kurz bei treue Freunde hier rein, dann kriegen wir unseren zweiten Crewman. Er ist nicht hier, Gerüchten zu folgen wollte er zurück zur Insel Janett. Vielleicht hole ich ihn unterwegs ein. Hole Jack auf dem Weg zur Insel Janett ein. Ach ja, und immer diese Möwen. Der grüne Bereich zeigt mir, wo ich ihn finden kann. Sollte man eigentlich WoW Classic spielen? Wir sollten über sowas Wichtiges reden, wie das jetzt. Muster Schüler. Erlern deine Piratenfertigkeit, da wissen wir ja auch, wie das funktioniert. Hier kannst du spezielle Kapitänsfähigkeiten erlernen. Klicke auf eine Fertigkeit, um sie zu erlernen. So, perfekt. Und dafür kriege ich halt 50, ähm, Erfahrungen für meine Crew. Was eigentlich schon fast voll immer ist, weil man die fast, also die gesamte Crew jetzt schon auf Maximum fast verbessern kann. So. Und schon haben wir eine tolle Crew. Also sogar hochwertige Kanonenkugeln. Hm, entweder es mal ein Chat tut, oder keiner will WoW hören. Einer der Matrosen hat alle aufgeweckt und behauptet, er habe während seiner Wache einen weißen Geist gesehen. Er war vor Angst völlig von Sinn und zitterte von Kopf bis Fuß. Wir gaben ihm etwas zu trinken. Aber bis ich herausstellte, war er schon betrunken. Wahrscheinlich ist ihm der Alkohol zu Kopf gestiegen, sodass er die Gerüchte von den seltsamen Geräuschen nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden konnte. Da ist Jack, mein guter Freund. Kann übrigens richtig kack Wetter hier werden. Also gutes Wetter gibt's auch. Barry Jack ist wieder bei uns. Leider folgt dieser freudigen Nachricht auch gleich eine traurige. Unser Schiffsjunge genannt, der Affe, hat den schrecklichen Angriff der Kreatur nicht überlebt. Und Petros wurde schon wieder von Sklavenhändlern gefangen. Als wir an der Insel Armee anlandeten, sah ich ein Piratenschiff. Es ist Richtung Osten gefahren. Vielleicht haben die Sklaven an Bord. Wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Besiege die Sklavenhändler und befreie Petros. Sollte mal zwischendurch ihn dann einsetzen. Geschwindigkeit, Manöver und Effizienz um 5% erhöht. Also ich verfolge jetzt gerade nur die Story. Also man kann ja auch nebenbei die ganzen Missionen machen. Von den unterschiedlichen Fraktionen. Aber es geht nur um Geschichte. So, jetzt sind wir in der wundervollen Situation, dass ich erstmal die Sklavenhändler suchen muss. Am besten wir nehmen die roten Punkte oder da, wo die Ausrufezeichen dahinten sind. Und anscheinend werden die gerade angegriffen. Oh, die greifen gerade die Stadt hier an. Auf jeden Fall unterstützen mich die Türme. Tja, wir sind automatisch kaputt gegangen. Ich mag diese Sklavenhändler nicht. Ich bin zwar selbst ein Pirat, aber der Handel mit Schmuck ist weitaus friedvoller als der mit Leuten. Und obwohl wir ein Dutzend Feinde versenken mussten, mein treuer Bootsmann Petros kann jetzt wieder arbeiten. Er berichtet mir, dass er nach unserem Untergang beobachtete, wie Wellen unserer, unseren Kanonier Gerard nach Nordwesten in Richtung der Vengenz-Insel trugen. Wir müssen dort, äh, dorthin segeln. Untersuche das Gebiet der Vengenz-Inseln im Nordwesten. Vielleicht ist Gerard noch am Leben und wir finden ihn. Man kann übrigens jetzt über, also die lassen auch Loot fallen. Wir können jetzt aber automatisch auch aufsammeln. Ich glaube, man nimmt da nur 70% der eigentlichen 100% auf. Aber jetzt gerade, weil wir schon so weit weggefahren sind, ähm, ist das besser. So, dann halten wir wieder auf der Zwischen-, beziehungsweise in der Piratenstadt. Unserer Piratenstadt, womit ich im Moment noch nicht anfangen kann. Aber wenigstens können wir mal eben kurz hier den Bootsmann einsetzen. So, Treffergenauigkeit plus 3% und die Panzerung wird um eins erhöht. Ich glaube, bessere Crewmen... Moment. Auf den Segeln, ja, erhöht auch die Stärke der Segel. Und die hier unten verstärken auch den Rumpf. Habe ich schon gesagt, dass es andere Schiffe gibt, die man fahren kann? Ich höre es nicht Piratenstadt genannt, ich höre es Piratenversteck genannt, lieber. Und was ist mit wo was? Ich dachte nur, ähm, ich war am überlegen, ob ich vielleicht mal wieder WoW Classic spiele. Also wenn WoW Classic rauskommt, dass man wirklich mal so klassisch... Also die alten WoW-Sachen sich mal reinzieht. Ich habe ja früher eigentlich jeden Raid gemacht. Bis Naxxramas. Und dann war es ja eigentlich rum. Ach, immer Regen. Arbeitet ihr faulen Säcke! Oh, guck mal, wie süß. Also sogar ein kleines Kärtchen hier. Schon wieder ein betrunkener Matrosen, der alle aufgeweckt hat. Überhaupt, er habe einen Geist gesehen, der sich an Essensresten bedient. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, zum Beispiel stimmt nicht, dass ich mich rechtzeitig einlenke. So, in der Ferne sahen wir ein Feuer. Als wir näher kamen, erkannten wir, dass es ein Leuchtfeuer war. Dass unser alter Kaonier Gerard angezündet hat. Wir fanden ihn gerade noch rechtzeitig. Er war bereits bewusstlos und wäre höchstwahrscheinlich bis zum nächsten Morgen gestorben. Wir müssten warten, bis er sich erholt hat. Vielleicht weiß er, was mit Ludwig passiert ist. Warte, während Gerard sich erholt. Können wir mal hier die Karte ein bisschen aufdecken. So, es dauert ein paar Tage, bis unser Kaonier widersprechen konnte. Als die Wellen ihn davontrugen, beobachtete er ein Schiff der Seeker an der Untergangsstelle. Wir müssen zur Silberinsel, zum einzelnen Ort unseres Archipels, den sie unter Kontrolle haben. Die wissen wahrscheinlich, wo Ludwig ist. Wie gut, dass du diese ganze Crew eigentlich gar nicht kennst. Und wie gut, dass ich gar nicht weiß, wo die Silberinsel ist. So, wieder aufladen wird beschleunigt. Reichweite, Zielzeit erhöht und die Effizienz um 5%. Guten Tag, Wolfenstein. Da fällt mir gerade auf. Ich habe eine Kanonenverbesserung bekommen zwischendurch. Ich habe eine Kanonenverbesserung bekommen, weil der Crew halt scheiße passieren kann. Turniermodus. Im Turniermodus kannst du keine Quests abschießen oder auf der Karte in Kämpfe geraten. Allianzen werden ausschließlich durch Fraktionsfahnen bestimmt. Im Turniermodus gehen weder dein Eigentum noch dein Fortschritt verloren. Das scheint Multiplayer zu sein. Damit habe ich mich noch nicht so sehr befasst. Ach, da ist die Silberinsel. Noch ein bedrungener Matrose mit derselben Geschichte. Die Geschichte ist ganz interessant, aber ich muss etwas dagegen unternehmen, dass die Matrosen während der Nachtwache trinken. Dieses Problem hatten wir früher nicht. Ich habe die drei Matrosen befragt. Alle haben sie ein großes Glas rumgefunden, das auf einem Fass stehen gelassen worden war. Und natürlich haben sie daraus getrunken. Wie eigenartig. Ich muss wohl selbst nachsehen, was hier nachts vor sich geht. Mehr Geister. Im Hafen erhielten wir den Brief eines hochangesehenden Seekers. Er nannte sich nicht beim Namen, aber fragte, ob wir ihn als Crewmitglied aufnehmen könnten. Er behauptet, im Umgang mit magischen Steinen sehr erfahren zu sein und meint, die See... Die Seehalle von unserem Ruhm wieder. Ich sollte wohl die Hauptstadt der Seeker besuchen und ihn besser kennenlernen. Die Seeker nahm Offizier Ludwig an Bord und nun arbeitet er für sie. Leider will Admiral Vincent ihn uns nicht herausgeben. Wir können aber trotzdem unseren Freund befreien. Wir tauschen ihn gegen 300 Sprenggranaten ein. Das ist unsere einzige Chance, ihn zurückzubekommen. 300 Sprenggranaten. Anteile vom Geschäft kaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich Sprenggranaten kaufe. Hm. Haben wir doch irgendwo ein Ausrufezeichen? Sieht nicht so aus. Es war nicht einfach, wach zu bleiben, aber durch einen winzigen Spalt konnte ich das Geschehen beobachten. Wenn es ganz dunkel ist, stellt jemand unbemerkt ein Glas rum auf das besagte Fass. Der Matrose, der Wache hält, findet es. Kann natürlich nicht widerstehen und betrinkt sich. Weit darauf erscheint, auf der anderen Seite ist Dex eine weiße Gestalt. Für einen Betrunkenen sieht sie aus wie ein Geist, aber wenn man nüchtern ist, sieht man, dass es nur ein Mensch ist, der ein Stück Segeltuch um den Kopf gewickelt trägt. Am Morgen durchsuchen wir das Schiff und fanden unseren Geist. Offenbar lebt er schon seit Monaten auf unserem Schiff. Und wir haben ihn nie bemerkt. Ich habe mich mit ihm unterhalten und herausgefunden, dass er Kanonier ist und sich auf unserem Schiff eingerichtet hat, weil er auf der Flucht vor einer Bande Piraten sei. Er ist sehr gut mit der Bauweise des Schiffs vertraut. Also fiel es ihm nicht schwer, ein Versteck zu finden, an dem er nicht gestört wird. Die Crew wollte ihm den Haien zum Fraß vorwerfen, aber ich denke, er könnte uns noch nützlich sein. Vielleicht kümmere ich mich einfach mal um die Piraterie gleich. Au. Au. Ah, da sind die anderen Piraten. Sehr schön. Jetzt die Strapnel-Munition. Ich höre mich das größere Schiff kapern. Einfach stehen bleiben. Von wem werde ich, werde ich denn jetzt beschossen? Aber es sollte jetzt reichen. Enter zieh! Huah, huah, dein Bart gefällt mir nicht. Und ja, während wir entern, können andere Schiffe das Schiff hier beschießen. So, und weg von dir. Ich nehm beide Schiffe mit. Was schade hier ein bisschen ist, du kannst hier in eine Armada fahren. Und falls eine Taste fürs Parieren gibt, dann kenn ich sie nicht. Oh, oh. Auf jeden Fall die KI pariert. So, einer war verwundet. Wir haben ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich glaube, 21% ist die maximale Effizienz, die du rausholen kannst. Auf nach Tortuga. Es ist gerade noch egal, wo ich hinreise. So, die Crew erwartet eine Auszahlerung. Wir bezahlen sie aus, weil wir wollen ja nicht unsere erfahrene Crew verlieren. Auch Piraten arbeiten nicht umsonst. So. 13 Schüsse. Ja, da ist halt mehr Kapazität auf der Barke. Aber magische Energierrefer... Beziehungsweise, was erzähl ich da? Ist aber in vielen Bereichen einfach schlechter. Hier hat zwar mehr Schüsse. Verlieren aber einfach meine Revierfähigkeit und alles. Können wir die verkaufen? Das bringt wenigstens ein bisschen Gold. Da war das erste Schiff, was ich gekapert habe. Das habe ich jetzt verkauft. So, ein Crewman haben wir verloren beim Entern. So, was wollte ich jetzt machen? Können wir noch den Wein verkaufen. Aber sonst gibt es ja nichts zu holen. Die Hauptstadt der Seeker. Ähm, ich habe die verkauft, die ich nicht brauche. Das habe ich gemacht. Ich fahre dasselbe Schiff weiter, weil es einfach besser ist als die anderen Schiffe. Welche Fraktion sind denn die Seeker? Welche Fraktion sind denn die Seeker? Ich glaube, die sind die Seeker. Schöne, dass man es so gut nicht erkennen kann. Das Größere hat mehr Kanonen, aber das bringt mir ja nichts, wenn das in allen anderen Bereichen schlechter ist. Dritte von unten. Ah, okay. Ich kenne nur die beiden Inseln im Moment, also beziehungsweise die beiden Städte von denen. Wollte nun mal schon auf Sprenggranaten hier verkauft werden. Wo seid ihr? Flaschenpost ist auch. Separate Mission, die man anfangen kann. Darum ist nochmal ein Fort von den Seekern. Okay. Hm. Möglich, dass die Hauptstadt auf einer anderen Karte ist. Ich weiß gar nicht, was passiert. Reise ich echt durch ein Portal? Scheint so. Nein, das ist mir zu skurril. Dann gucke ich erst mal um meine Piratenbeziehungen. Und werde reich. Okay, das wird mir jetzt nicht helfen, gegen Piraten zu kämpfen. Gehen wir jetzt den Garten. Nein. Aber vielleicht nicht. Oh nein! Ich verebe jetzt genug. Kann ich in der Zwischen Endschau? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich muss bewerben. Aber ich weiß gar nicht. Schnell, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, dass ich die ganze Zeit war. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich? Mein Meer ist gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das, das. Das, das. Das war's. Wir fahren eben schnell durch. Ach, das lohnt sich doch alles nicht. Du musst schon einen Händler nehmen und nicht diese schäbbigen Piraten. Mit denen will auch keiner arbeiten. So, fremde Schulden. In der Taberne hörte ich, dass ein Händler dem hiesigen Piratenbaron von stattlichen... ...ein stattliches Sümmchen schuldet. Doch sie sind sich nie zuvor begegnet. Sie treffen sich westlich von Tiefenhöhle. Aber ich kenne den genauen Zeitpunkt nicht. Wenn ich vor dem Piratenbaron dort eintreffe, könnte ich mich für ihn ausgeben und das Geld einstreichen. Finde den Händler. Die Piraten werden bald ein großes Fest geben und ich habe mich bereit erklärt, ihnen bei den Vorbereitungen zu helfen. Besorge 25 fester Wein und 10 Beute Tabak. Das sind einfache Sachen. Erstmal kassieren wir Kohle von dem. Da stand, die Hauptstadt ist in der Geistersee. Achso. Ne, Geistersee ist dann wirklich im Norden. Wir geben uns erstmal aus für jemand anderen. Mein Ruf, du schonst dein Schiff nicht und würdest dir niemals die Gelegenheit entgegenlassen, deinen Gegner zu rammen, um damit zusätzlichen Schaden zu verursachen. Deine Gegner sind zu Tode erschreckt, wenn du auf sie zuhältst. Du verursachst dank der gegnerischen Panik und deiner Erfahrung dreimal mehr Rammschaden. Wie lange spielst du Tempest schon? Ich habe das damals zum Molis mal gespielt und jetzt spiele ich das halt einfach mal wieder. Dieser einfertige Händler war so leicht zu täuschen. Jetzt sollte ich schnell die Säge setzen und verschwinden. Aber ich habe nie viele Stunden da rein investiert. Also das ist wirklich eigentlich mein erster Run, wo ich ein bisschen weiter immer gehe. Kurzkanone. Tempest kam in der Urform schon vor längerem raus. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass genau, also den genauen Tag, wann es mal rauskam. Es steht halt auf der Steam-Seite. Das macht es am einfachen. Galeone. 2500 Ladevolumen. Kostet auch nur 90.000. Dafür 80% Treffgenauigkeit. Einfaches Segel, einfaches Holz. 25 Wein. Und ich glaube 10 Stofftabak war das. Den Rest brauche ich nicht, was die so anbieten. Aber es sind Sachen, die habe ich auf dem Schiff schon verbaut. Wie das einfache Holz. Ich glaube ja, Kurzkanone ist das auch schon. Die Säge sind auch die billigen. Die Piraten werden es lieben. So, ich habe den Wein und den Tabak geliefert und schließe eine Einladung zu ihrem Fest erhalten. Es findet auf der Insel bei Tiefenhöhle statt. Ich nehme am großen Piratenfest teil, das auf der Insel bei den Tiefenhöhlen stattfindet. Solange kann ich keinen weiteren Auftrag annehmen. Tiefenhöhle ist das Ganze im Osten. Ganze Spiele sind natürlich ein bisschen rudimentär, aber ich finde es halt trotzdem ganz witzig. Oh, der Piratenbaron ist hinter uns her und er wird nicht ruhen, bis er hat, was er will. Versuche, den Besitzer des Geldes loszuwerden. Ist halt doof, den Zug bestehlen. Da sind nur 1500 Gold gewesen. Hätte auch schlimmer kommen können. Da bin ich beim großen Piratenfest und alle sind stocknüchtern. Aber wo ist das Fest? Sie haben mich übers Ohr gehauen. Ich fahre gleich nach Amelia und gehe der Sache nach. Suche auf Amelia nach Hinweisen auf die Betrüger. Wobei ist das denn? Krabbenkapitan. Da brauchen wir eine... eine Riesenkrabbe. Haha, geschieht dir recht. Bitte was? Da werde ich mal zu einer Party eingeladen und dann sowas. Ich fand mir eigentlich was passiert, wenn ich mir Anleihen vom Shop hole. Anteile vom Geschäften kaufen. Ich bin gespannt, wann der andere Pirat mich angreift. Also der Piratenkönig will ja jetzt mir einen auf Fresse geben. Ich dachte, sie wären schon fort. Erfuhr ich, dass sie nach Süden aufgebrochen sind. Vermutlich haben sie dort einen Unterschlupf, denn für gewöhnlich wagt sich kaum jemand ins südliche Meer. Ich finde den Unterschlupf dieser schäbigen Betrüger. Ich hoffe, sie bemühen sich nicht allzu sehr, ihn zu beschützen. Und dann kriege ich meine Fässer wieder und noch anderen Kram. Ich denke mal nicht, dass das die Piraten sind, die wir suchen. Hm, normalerweise müsste das auftauchen. Äh, die Missionen sind eigentlich scripted. Eine Barke, noch eine Barke. Ja. Das war ihre dumische, doofe magische Fähigkeit. Na? Warum ist der Penner nicht genauso schnell unterwegs wie ich? Und wo kam das andere Schiff plötzlich her? Hm, es ist der Penner abなので, als ob beklege ich raus raus. Deine Boah, jetzt mach sie nicht kaputt. Scheiße. Ja, Piratmagie ist hier überall gegeben. Fahr nicht zu weit. Oh, ich krieg die Krise. Ah, überlebt den Beschuss. Ihre Crew ist doch schon voll am Arsch. Wo ist denn der letzte? Ach, da. Ach, das sind übrigens die Granaten, die ich sammeln muss. Da haben wir zwei Kanoniere verloren. Wir müssen später nochmal vorbeischauen. Ich muss mich erstmal reparieren. So, zahl die Crew aus. Da siehst du nämlich. Damit tun wir uns keinen Gefallen mit der Barke. Bomben. Bomben. Ich hoffe, Bomben sind die Granaten. Das kann nicht sein. Hier muss doch irgendwo was sein. Wo ist das? Da vorne ist ein Kreismarkierung. Kann's nicht mal gutes Wetter geben? Oh, das Spiel sieht aus wie Age of Pirates in schlecht. Ähm. Da ist hart. Vor allem weil Age of Pirates ja schon schlecht ist. Und zwar nicht wenig. Und zwar nicht wenig. Das sieht doch aus wie... ...eine Insel. Und rote Lichter. Da muss man die ja in dem Modus finden. Oh, scheiße. Weißt du, was das ist wahrscheinlich? Minen. Ich glaube, das sind Minen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Also ich glaube auch, das ist der richtige Weg. Die gute alte Fassmine. Ich muss hier reinfahren. Ich denke, das ist das Versteck von denen. Ähm. Da. Was mache ich jetzt mit denen? Oh, nee. Ich habe aber... Ich kann gerade nicht ballern. Kein Ziel. Aber es muss der Unterschlupf sein. Rückwärtsgang rein. Rückwärtsgang rein und weg. Event Trigger nicht aktiviert. Moment. So kann ich das Spiel ein bisschen verarschen. Ich fahre nochmal raus und reinfahren. Oh, fremde Schulden. Da ist der Piratenbaron. Irgendwo jedenfalls. Seht ihr nicht? Da ist er. Nimm das, Piratenbaron. Deine 1500 Gold kriegst du nicht mehr wieder. Der war schon versoffen und verfügelt. Und sobald du stehst, werden wir dir Angesicht zu Angesicht die Fresse polieren. Dann erschlage ich ihn mit Goldmünzen. Ja, das wäre ein angemessenes... Eine angemessene Tat. Ich habe mich schon im Felsen gesehen. Na... Na... Oh nein! Scheiße! Nein! Ey, der hat mich einmal geschlagen, da war ich erledigt. Und wir verlieren den Kampf so. Hört ich ihn einfach versenkt. Hoch, lieber der Piratenkönig. Wir sinken nicht. Wir tauchen nur ab. Na, wenigstens Respawn ich. Ich bin ein, wenigstens. Ich versenke ihn nächstes Mal einfach. Aber das mit dem Kreis, das trailert das vielleicht und dann sagt er, ey, guck mal, da ist übrigens eine Insel. Das finde ich übrigens süß mit der Karte hier am Steuerrad. Da vorne sind auch Mädel. Ich weiß ja, das ist auch die Pirateninsel, die wir suchen. Von der Karte her ist das sogar noch weiter südlich. Nein! Wieso? Ich habe die Besatzung des Gegners schon geschädigt, vorher mit Schrapnell-Munition. Es gibt unterschiedliche Geschosse. Für Segelzerstörung, Schrapnell, es gibt Granaten, die du rüberschießen kannst und die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Die Schrauben, die Schlage der Karte hier ist, wenn man hierhert noch nicht mehr hat. Die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben haben, ist ja auch ein bisschen mehr verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja, so darfst du ruhig auf mich schießen. Hauptsache nicht längst. Was lernen wir eigentlich durch die Mission? Piraten sind Arschlöcher. Le... äh... Le Pal... Le M... Al... äh... Palais? Ne... Übrigens, die Tage werden wir ein neues Vierer-Koop-Projekt starten. Wir werden nämlich Borderlands 2 durchspielen. Falls jemand Interesse hat, wir werden Donnerstagabend weiterspielen und dann könnt ihr gerne einschalten und zugucken. Hast du auch ein Glas mit Dreck? Ach, so ein mächtiger Pirat bin ich noch nicht. Es war auch ein bisschen der Wunsch der anderen, dass wir mal Borderlands durchspielen, bevor Borderlands 3 kommt. Äh, Kraken gibt's im Spiel, ja. Es gibt Ungetüme. Und wenn ich das richtig verstanden habe, musst du auch später noch gegen Ungetüme kämpfen. Nix, you're the power. Wir haben uns schon häufiger runterhalten wegen Borderlands. Der Eigentümer des Gales ist jetzt Fischfutter und ich kann aufatmen. Und ich habe herausgefunden, dass die Piraten den Baron seit der Gehormer Zeit loswerden wollten. Ach, hab ich ein Schwein. Das war die elendige Kartoffel. Ähm, Baldur's Gate wird in Stadia mit dabei sein, weil gerade die Frage ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr noch kommt mit dem Stadia Start oder ob Stadia erst, ähm, also ob das schon gestartet ist und dann Baldur's Gate 3 irgendwann kommt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Eine schöne Flaggengesellschaft. Aber auch hier ist nix. Ist kein Trigger drin. Komisch. Er muss doch irgendwann hier... Ach da, große Sause. Es ist ein Schiff, was wir finden müssen. Eine Chebecke. Wenn ich die Schiffsnamen falsch sage, tut's mir leid. Ist halt einfach so. Ach, jetzt sind wir schon ein bisschen angeschlagen von diesem dämlichen Piraten-Baron. ẩn Ja, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das will ich auch. Ich will auch ein Schild haben. Das soll auf jeden Fall mein zweites Artefakt werden. Und Feuer frei. Dann kommt ein Verbündeter, aber das kleine Ding wird mich jetzt nicht mehr aufhalten. Ich habe letztens, also ich finde die, weil es gerade über Borderlands viel geredet wird, ich habe die Remastered angefangen zu spielen. Vom Ersten. Und ich weiß, also es ist irgendwie auf Dauer sehr ermüdend. Weil sich das einfach nicht sehr gut anfühlt. In der Beute fand sich eine Karte mit dem Unterstupf dieses Piratenabschaums. Aber 2 fühlt sich ja besser an und lässt sich auch besser spielen. Ja. Muss ich aber erstmal reparieren. Das Game sucht dich im Moment auf dem Handy. Und jetzt spielst du das. Äh, ja. Habe ich ja gesagt, das ist auch... Also es gibt es halt auch auf dem Handy. Aber auch Steam hat es auch durchweg eigentlich... Also nicht eigentlich, sondern es hat durchweg gute Reviews. Und ich glaube nicht, dass die gekauft sind. Man muss aber immer schauen... Manche Reviews sind ja für den Arsch. Mein bestes Beispiel ist einfach... Ich glaube, der Poop Simulator, wo du halt auf dem Dach hockst und die ganze Zeit von oben irgendwelche Leute auf den Kopf kacken musst. Und der hat nur positive Reviews fast. Danke, Paxa, für das Twitch Prime Abo. Wo du einfach nur denkst, ja super, ganz tolles Spiel. Ist der größte Schrott, den du überhaupt haben kannst. Und dann bewerten wir es gut, weil das irgendwie 9 Euro kostet und nicht 9 Euro. So, und das ist hier wirklich der Unterschlupf. Und wir waren da schon. Also Baldur's Gate 3 dürfen die so lange dran arbeiten, wie sie wollen. Das Spiel wird mich aus der Depression rausholen, wenn es sein muss. Und kurze Erklärung, warum Twitch jetzt nur noch und nicht YouTube. Das hat nichts damit zu tun, dass ich YouTube scheiße finde. Das hat damit zu tun, dass auf Twitch gibt es jetzt das schwarze Brett. Und das schwarze Brett erlaubt es, gewisse Deals anzubieten, direkt über die Entwickler. Die dann sagen, spiel jetzt mal das und das eine gewisse Zeit. Das wird dann aber auch im Titel stehen, dass das halt Werbung ist, beziehungsweise bezahlt, der Stream. Und das würde ich gerne halt auch mitnehmen, wenn sich was ergibt. Das haben wir schon zur E3 zum Beispiel gebracht, aber übergreifend. Und deshalb würde ich das gerne wieder alles Twitch konzentriert haben und nicht aufgesplittet. So, meine Reise war gefährlich, aber angesichts der Belohnung nicht umsonst. Meinen Wein und den Tabak konnte ich dort nicht finden, aber ich habe andere Waren an Bord gebracht. Die besser ist, als ich dachte. Du erhältst, ja, 500 Münzen, bisschen Peperoni, sieben Kisten Schmuck und ein wenig Seide. Und wir sind direkt überladen. Shit. Wie sehr sind wir denn überladen? Ein bisschen. Ich schmeiß mal die kostenlosen Kanonen-Kugeln weg. Hm, das wird mir nicht viel bringen. Rum hat ein Gewicht von sieben. Noch ein. Gewicht von 0,2. Schmeiß die Crew übers Bord. Äh, ja, wir müssen uns leider trennen von euch. Aber meine Crew ist zu erfahren, die möchte ich nicht verlieren. Der kostbare Rum. Nein, es gibt keine Mäuterei. Ich finde es halt mit diesem, äh, mit dem schwarzen Brett ganz gut. Was sind halt, selbst wenn nur 100 Leute oder so zuschauen oder 140, sind das halt 50, 60 Dollar und das nimmst halt mit. Also, bei meiner Größe nimmt man das mal besser mit. Um, damit ihr mal wisst, was das halt so für ein Rahmen ist. Und es muss halt eine gewisse Zuschauerzahl nicht unbedingt erreicht werden. Eine Mindestzahl muss erreicht werden. Dann wird das halt skaliert und all so ein Kack. Und ich weiß gar nicht, ob ich so oft darüber reden darf, aber ich mach's einfach. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn die Leute wissen, äh, was dabei rumkommt. So, mit der Seile könnte ich andere Flaggen herstellen. Aber ich finde das, äh, hm, 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 hm. Lass mich mal kurz gucken. Und das sind einfach irgendwelche Halloween-Flaggen. Und gebannt. Nein. So schlägt das auch nicht. Für neutrale und höher. Tja, die anderen werde ich nicht kriegen gerade. Dafür habe ich eine zu schlechte Beziehung zu den Piraten. Ich merke gerade, dass die Kategorie Tempest ein ganz anderes Spiel ist. Das kann sein. Es ist aber das einzige Spiel, was hier hinterlegt war. Also deshalb tut's mir leid, wenn's jetzt nicht das Richtige ist. So, sollen wir dann mal zur Geisterwelt rüber? Oder die Geistersee? Scharfsichtiger Falke. Du bist ein Jäger über große Entfernung, der versucht, seine Beute nicht zu nahe zu kommen. Wegen deiner vielen Triumphe glauben deine Gegner, dass deine Kanonenkubeln ihr Ziel von selbst finden. Und du daher niemals daneben schießt. Deswegen verleiht dir deine große Erfahrung und Kämpfen über große Entfernung einen großen Treffsicherheitsbonus bei Angriffen auf große Entfernungen. So viel Entfernung. Zu 200% Treffsicherheit bei Gefechten über große Entfernung. Aber wir können uns eigentlich bei den Seekern auch hier vor Ort noch einschleimen. Ach, Moment. Wir gehen mal erstmal hier hin. Weil ich glaube, hier können wir die Granaten kaufen. Oder Bomben. Hexianischer Zünder. Ja. Denk mal, das ist eine Verbesserung, ja. Eine Sekunde schneller zielen. Ne, das war's ja nicht. Treue Freunde. Admirer Vincent auf der Silberinsel. Ich denke mal, dass, äh... Also ich denke mal, dass diese Bomben diese Granaten sind. Ja. Admirer Vincent übergab uns Ludwigs Entlassungspapiere. Außerdem hat er sogar ein paar der Granaten bezahlt, die wir ihm gebracht haben. Nun müssen wir nur noch Ludwig von dem Schiff holen, das von hier aus Richtung Nordosten fährt. Krakeneintopf. Krakeneintopf. Das hört doch schon mal... Das hört sich doch schon gut an. Als wenn wir direkt die richtigen Gegner finden. Was ist das eigentlich für eine Schiffskategorie? Kann ich nicht sehen, ne? Das ist mich auch das Anfangsschiff. Weil ich finde das schon ganz schön... Also ein ganz schöner Brecher. Ludwig ist wieder bei uns. Er ist das letzte Mitglied unserer Crew, nachdem wir suchten. Und jetzt sind wir wieder alle zusammen. Leider ist mein neues Schiff kein Vergleich zu meiner schönen alten Henrietta. Aber die werden wir rächen. Wir werden diese Kreatur um jeden Preis finden. Im Osten fangen wir damit an. Da ist eine Galere, oder nicht? Galere ist, glaube ich, der... Eine Galere ist, glaube ich, das Handelsschiff. Und ein Linien-Schiff ist ein bewaffnetes Schiff. Und nur ein Rettungsboot. Für alle Männer. Ah, ne, da ist noch ein zweites und drittes. Nach der, da gibt es nur noch eine Manowar mit mehr Feuerpower. Ich will mir jetzt nicht zu lange auf... Ach, da ist sogar ein Kämpfer. Breutesuche plus 1%. Minimal Schaden, Nahkampf. Plus 1, Maximalschaden, Nahkampf. Plus 2. Also die Range für Nahkampfschaden, bitte. Vor allem sieht der aus wie... Wie ein Sch... Wie heißt... Der sieht aus wie ein Schauspieler. Mir kommt das Gesicht so bekannt vor. Hm. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Ich finde, der sieht auf jeden Fall dem Schauspieler sehr ähnlich. Dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber... Nee, da ist das geheime Land. Ah, da unten. Kraken-Eintopf. Der von Konstantin. Vielleicht sieht der einfach ein bisschen aus wie der Offizier von Fluch der Karibik, der Jack Sparrow am Anfang jagt. Die Fischer hier haben nichts von einem Seemonster in diesem Gebiet gehört. Hm. Er sieht aus wie Keanu Reeves. Im Moment sehen alle aus wie Keanu Reeves. Ja. Ich bin... Da ist tatsächlich... Ich bin... Wir sind... Ich bin... Ich bin... Ja. Geht. Ich bin... damit. So, die brauchen wir auch nicht. Die rostigen Kanonen-Coolen können auch weg. Warum sollte ich so hässliche Flaggen reinnehmen? Die kleinen Questzeichen sind echt ernüchternd. Irgendwo sollten auch Piratenschiffe sein, da. Ja. Ja. Oh nein! Wir brennen! Wasser sah sogar schon mal schöner aus. Ja, schön, die Piratenschiffe schießen auch gerade die Crew runter. So. Auf beide Seiten. Das war nicht so geplant. Damals, was alles noch eine blaue Fläche war. Also, seine Crew sollte total am Arsch sein. Und ich versuche mal, äh, mich nicht umzubringen. Oh. Sollte nicht Spyros drängen, weil gerade auch das erwähnt wurde im Chat, ähm, jetzt nicht doch für ein PC rauskommen. Also, das Remake. Also, das Remake. Ist wenigstens 2000 Gold wert. Ja, wird rauskommen. Sehr schön. Das ist nämlich lustigerweise ein Spiel, weil ich wirklich mal auf Playstation damals gespielt habe. Obwohl ich ja keine hatte. Aber man kann sich ja sowas ausleihen. Ja. Ein neues Monkey Island. Ja, die Zeit der großen Adventures ist vorbei leider. Ja, wird hat mir versprochen, alles über das gesuchte Monster zu erzählen. Leider hat er eine unglaubliche Summe dafür verlangt. Ich bin aber kein dummer, kleiner Matrose mehr. Solche Betrüger lauern an jeder Ecke. Hochwertiges Segel für 800. was verändert. Endlich mal was Sinnvolles. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Monkey Island waren schon schöne Zeiten, weil man früher keine Komplettlösung hatte. Aber es hat das Internet so ein bisschen kaputt gemacht, glaube ich. Auch Adventure sind halt das, was halt auch Dreadlick, oder wie heißen sie nochmal? Die Entwickler. Die haben halt einfach irgendwann gemerkt, diese ganze Let's-Player-Szene und so weiter. Die Leute spielen das einmal und schauen sich das an und das reicht für die. Wo auf der anderen Seite du die Situation hast einfach von... Ähm, das ist halt der Vorteil von diesem Secret, nicht Secret Life, Second Life. Second Life. Das ist der richtige Name dafür. Wo du halt einfach dieses... Du musstest, äh, mehr Entscheidungen in das gesamte Adventure-Konstrukt reinballern. Damit das halt... Dass sich das Leute zwar bei jemandem angucken, aber letztendlich das Spiel andere Richtungen einschlagen kann. Mit den Entscheidungen. Und dadurch hast du diese ganze Let's-Player zeigen das Spiel und spielen das komplett durch. Du guckst das da und hast keinen Grund mehr, das selbst zu kaufen. Hast du, ähm, dich losgelöst von. Das ist eine Sache, da habe ich vor zwei Jahren einen sehr interessanten Dialog gehabt mit Entwicklern auf der Gamescom, auf dem Presse-Termin, wo ich meinte, das ist halt schon so ein bisschen der Augenmerk heute. Du musst halt ein Spiel schaffen, irgendwo mit unterschiedlichen Entscheidungen. Es muss halt ein gewisser Sandbox-Element immer, also Elemente immer drin sein, damit Let's-Player dir nicht die Butter komplett vom Brot nehmen. Was ist ein bisschen... Das ist aber auch eine Sache, du hast halt sowieso... Ich habe mal vor Ewigkeiten ja eine Umfrage gemacht, und es ist halt immer so, dass so ein Drittel Leute, die schauen sich das Spiel einfach an, ähm, weil die das selbst nicht unbedingt kaufen wollen. Und die wollen halt einfach das ganze Let's-Play sehen bei jemandem, ohne dir das Interesse, das zu kaufen, wirklich. Ein Drittel macht das halt einfach so, beziehungsweise wollen sich nur informieren über das Spiel, das sind so die, die am Anfang mit da drin sind, und noch ein Drittel war... Das war dann immer so die Stammmannschaft, die sowieso guckt. Und die eigentlich sich dann nochmal aufteilen zu den beiden Seiten. Aber es ist halt... Es hat halt einen Effekt, es hat die Spielebranche verändert. Dieses Play and Share mit Leuten. So, Sagen und Legenden. Grey Jackress erzählte uns, dass er mit eigenen Augen eine riesige Kreatur beobachten konnte. Wie sie die Handelsfregatte White Fang in der Nähe der Bucht des Schweigens versenkte. Das scheint mir nicht der schlechteste Ort für den Beginn unserer Suche zu sein. So, ist auch einfaches Holz. Das ist ja nicht im Sinn der... Der Let's Player irgendwo zu sagen, okay, wir wollen den Markt kaputt machen dafür, es ist halt einfach ein Wandel, du kannst es nicht aufhalten. Treppssichere Pistolen. Weil wer denkt, dass man Zeit zurückspulen kann oder was auch immer, der spinnt. Kannst du nicht. Weil gerade Auto-Chess erwähnt wird, ich habe es die Tage immer wieder mal angehabt, habe das Tutorial gespielt. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich was ist, was ich gerne spiele. Ich habe es mir einfach mal angeschaut. Und ich will auch... Ich finde auch nicht, dass es nichts, was man mal eben so nebenbei spielt. Meine Partie dauert halt schon lange. Ja, du hast auch... Stimmt, du hast auch welche, die... Das habe ich ja auch schon mal gehört, die das halt unterwegs wirklich gucken. Reisende und so weiter. Die haben nicht die Zeit, das Spiel wirklich komplett zu spielen und gucken sie das halt irgendwo an. Bloß nicht zocken zu viele. Und wenn ich der beste Auto-Chess-Spieler aller Zeiten werde, wird es mir gerade meinen Ruhm kaputt machen. Ein weiterer Lügner versuchte, mir mit ein paar Märchen Geld abzuluxen. Als er in die Mündung meiner Moskete sah, gab er den Plan jedoch auf. Vor allem bei Auto-Chess ist Reaktionszeit nicht so wichtig. Dann kann ich wieder... Richtig, dann kann ich wieder im E-Sport anfangen. Ich finde schon, Auto-Chess lädt dazu ein, sich die ganzen... Figürchen anzugucken, ein paar Notizen zu machen und eigene Kombos sich zu notieren und dann halt eine bessere Strategie rauszunehmen. Aber ich glaube, das Spektrum ist zu klein im Moment. Und dadurch entscheidet wieder der Faktor Glück. Also was wird dir eigentlich gegeben? Aber darauf stehen die Leute. Und es kann halt wirklich... Theoretisch mit der richtigen Vorgabe kann das jeder spielen. Spielt doch einfach Schach. Ja. Beim Schach kann der Computer einen aber so gut besiegen. Schach wurde vom Computer eigentlich gebaut. Gefühlt. Als es noch keinen Computer gab. Ein Wallfänger erzählte uns, dass er einen großen Tintenfisch beobachten konnte. Leider ist der jedoch ungefähr 10 Mal kleiner als die Kreatur, mit denen ich schon das Vergnügen hatte. Archon kenne ich. Wobei Archon total schlecht balanciert war. Weil der Phönix overpowered war auf der hellen Seite. Weil der Phönix halt diesen Feuerballer um sich rum erschaffen konnte und damit konntest du halt einfach jeden Gegner wegburnen. Ohne dass du Schaden nimmst. Booyaka. Den Formwandler... Da konntest du ja, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, hat der immer vom direkten Gegner das angenommen? Oder vom ersten Gegner, den du mit dem Formwandler bekämpft hast? Es heißt, der Kaiser der alten Einwohner enttötet das Geheimnis des Ordens aufgrund seiner verschwundenen Tochter. Und der Orden war so leichtsinnig, seine Suche nach ihr zu erschweren. Besuche die neue Welt. Habe jetzt aus Versehen die falsche Quest verfolgt, ja. Tochter des Königs. Ähm... Na, wir hätten zur Piratenstadt nur gehen müssen. Noch mal kurz mit beim Piratenangriff. Ich heiße euch. Dann können wir direkt die neuen Kanonen ausprobieren. Ach, die schießen mir gerade die Crew runter mit der Pistole. Oder die haben irgendein Gift bei mir draufgemacht. Es gibt leider gerade keine Info darüber. Elex 2 wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Und ich habe Elex, obwohl ich es irgendwann mal im Cell gekauft habe, nie gespielt. Jetzt haben wir eine neue Schiffsbemalung bekommen. Was wurde eigentlich aus diesem Piraten-MMORPG, was wir zusammengespielt haben? Du meinst das, was die realistischen Segelschiffe hatte. Das wird immer noch entwickelt. Ich konnte niemanden finden, der etwas Brauchbares wusste. Ich habe nur altes Seemannsgarn und selbst erfundene Geschichten gehört. Wir müssen unsere Suche fortsetzen. Hm. Eine dunkle Variante. Wobei ich mich frage, was das hier sein soll. Ist das der Stuhl, der mein Schiff hinterher zieht? Ach, die verkaufen ja hier nur die rostigen Kanonen-Kugeln. Man kann fremde Schulden dann nochmal machen. Will ich ja nicht. Ich will bessere Missionen haben. Ah, Naval Action. So hieße es, ja. Das war ganz witzig, aber ich glaube, die haben durch ein paar Updates das ganz schön versumpft zwischendurch. Das war ganz witzig. Das ist meine Pistole, die ihr schießt. Das ist meine Pistole, die ihr schießt. Ich gehe hier an kein anderes Schiff im Moment dran. Das kostet mich alles zu viel. An Besatzung und an Zeit. Naja, mal gucken, was Ubisoft mit seinem Piratenspiel macht. Wenn es denn eines Tages kommen mag. Aber da ist ja reines Multiplayer-Gebett und ich glaube, die haben es heimlich eingestampft. Weil es auf der Gamescom halt keinem Spaß gemacht hat. Es wurde ja auch auf der E3 nichts dazu gezeigt. Mal gucken, ob das dieses Jahr nochmal einen Stand kriegt. Zum Anzocken bei Ubisoft. Jemand hat etwas gesehen oder gehört. Vielleicht bin ich wirklich verrückt. Natürlich wurde unser Schiff von einer riesigen Krake vernichtet. Wer was anderes behauptet, lügt. Karunaden. Karunaden. Schüsse plus 5. Maximale Drehung plus 2. Gewicht 100. Ich meine Skull and Bones. Okay, die Reichweite nimmt ein bisschen ab. Aber insgesamt glaube ich, dass das die bessere Kanone ist. Weil die halt 800 mehr kosten. Als die Kanonen, die wir vorhin gekauft haben. Ah, da sind diese Giftkanonen-Kugeln, mit denen wir beschossen wurden. Ich finde, umso länger ich das Spiel spiele, umso mehr Spaß macht mir das. Die Händler haben von nichts seltsam in diesen Gewässern gehört. Oh Gott. Oh Gott. Majesty-Chip. Also es wird gerade gesagt, das hier ist besser als das andere. Ja, das andere ist halt so überhaupt nicht fordern. Also fordern ist das falsche Wort, aber es ist halt irgendwie du bist halt nur Zuschauer gefühlt. Es kann einfach nicht sein, dass keiner weiß, wo wir nach diesem Teufel suchen müssen. Ein Mensch verzweifle ich bei der Suche nach dieser fiesen Kreatur, die meine Henrietta verledigt hat. Hoffentlich wird mich das Schicksal irgendwann an den richtigen Ort führen. So, die Frage ist... Ach, das ist das Ende von der Questreihe. Okay, den Kraken finden wir erstmal nicht. Dann sind wir jetzt erstmal auf uns gestellt. Schwätzer. Gestern gab es ein Trinkgelager am Strand. Wie ich feststellte, ist es äußerst vorteilhaft, nüchtern zu bleiben, denn der Kapitän war recht drehtselig. Er hat ausgepflauert, wo er seinen Schatz versteckt hat und es sind bereits fünf Schiffe zum Nebelhafen aufgebrochen. Sie geht zum Nebelhafen und suchen nach den verborgenen Schatz. Berichten zufolge wurde die wichtigste Piratenfestung eingenommen. Man hat uns gebeten, die Festung am Hafen der Stille zurückzuerobern. Dann tun wir das doch einfach. Da oben so der... Ach, Schwätz, aber Schwätz, da wird wahrscheinlich sein, es gibt ja gar keinen Schatz. Die Piraten werden sich gegenseitig die Köpfe einschlagen in dem Gebiet. In diesen Gebästern Wimmit ist nur so von Piraten und sie sind ebenfalls hinter dem Schatz des ertrunkenen Kapitäns her. Wir werden kämpfen müssen und nicht nur einmal. Gewinne mehrere Kämpfe in Folge. Ja. Irgendwie... Doch nicht. Ah, Piratenangriff. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich suche. ... ... ... Das war's. Ja, ja, rammt euch euch. Für Krone und Nichtvaterland. Ja, ja, rammt euch. Ich muss wirklich einfach. Kämpfe hier in dem Gebiet. Egal gegen wen gewinnen. Ja, ja, rammt euch. Du, 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 du. Vor allem, der hat ja immer irgendwelche Stahlplatte an der Seite kleben. Du, 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 du. Und werde dich auch einen Boah, wir, du, 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 du. Einmal mit den Kanonen mehr Schüsse gleichzeitig, aber dafür ist die Treppsicherheit wieder gefallen. Ah ne, die Treppsicherheit ist nicht gefallen. Ich hätte vielleicht vorher mal durchs Fernglas gucken sollen. Und ich überlebe nicht noch eine Salbe. Ich glaube, der versucht auch zu fliehen. Soviel dazu. Sehr schön. Darf ich zwischendurch mal einen Hafen um mich reparieren? Jaja, ihr kriegt euer Geld. Ich habe bis jetzt aber noch nirgendwo Medizin gefunden. Hier können wir Geld in die Bank reinmachen und von den Zinsen nehmen. Aber nur bis 15.000. Der Vorteil von Königreichsiedlungen. Soviel rein. Soviel rein. Soviel rein. Soviel rein. Moment mal, die Mission ist weg. Ah ne. Hier ist sie. Ich empfehle mal schön, wie man startet. Du startest genau zwischen den beiden Fraktionen, die am Kampf beteiligt sind. Ich lasse mal den anderen den Vortritt, dass ich nicht direkt einer noch Fresse kriege. Jetzt wird über die Assassin's Creed Serie gesprochen. Also von den Spielen, wo ich übrigens auch sagen muss, fehlt ja bei mir auch noch, da ich fertig durchspiele. Also nicht Origin, Origin habe ich ja komplett, aber Odyssey habe ich nicht komplett fertig gespielt. Nicht armer Schuft. Was hat einfach irgendwann zu lang gedauert. Jemand hat es gedacht, die wollen nicht verarschen, die Entwickler. Mh, Odyssey hat auch DLCs, die nochmal die Spielzeit noch weiter hochziehen. Und ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist einfach unglaublich lang. Und es sind halt auch schöne Storys dazwischen, aber auch einfach nur die üblichen Sinnlosen. In einer der Truhen voller Schätze wurde ein Krakententakel gefunden. Auf der Truhe war ein Schild mit der Aufschrift, eiserne Wächter waren dein Zuhause und werden dein Untergang sein. Was für ein Glück. Es haben wir nicht nur diese lange ersehnte Trophäe, sondern auch noch den Beweis, dass die Kreatur getötet werden kann. Ich muss herausfinden, was hinter diesen eisernen Wächtern steckt. Letzte Nacht hat einer der Matrosen vermutlich ein Glas zu viel erwischt und sich einen tollen Scherz ausgedacht. Beim Sonnenaufgang fand ich lauter Seile in meiner Kajüte. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Schmerotzer einen munteren Morgen erlebt. Anscheinend hat meine Mannschaft ihre Lektion nicht gelernt. Ich habe dann schon wieder Seile in meiner Kajüte und alle schwören sie, dass sie nichts davon wissen. Das bedeutet, dass sie alle für ihre Respektlosigkeit bezahlen werden. Als wenn man dieses komische Hochzeitszeug macht. Ah, du musst mindestens 50% rumfahren, um das automatisch berechnen zu dürfen. Und die Handelsroute habe ich jetzt verpasst. Aber irgendwie schließe ich die Mission gerade so nicht ab. Wahrscheinlich, weil ich unter der falschen Flagge unterwegs bin. Ich habe schon wieder diese verdammten Seile in meiner Kajüte gefunden. Nach dem letzten Mal, als sie da waren, begann ich die Türe und die Fenster ganz besonders fest zu verschließen. Und diesmal wurde sie definitiv nicht geöffnet. Anscheinend hat mir die Crew die Wahrheit erzählt. Okay, da steckt irgendeine Teufelei dahinter her. Äh, dahinter. Er fahre mir aber ähnliche Fälle mit Seilen. Ach, hier werden... Nach Besuch eines Hafens werden die dort im Shop verfügbaren Gegenstände... Ähm... Hier verfügbar hinzugefügt. Also kannst du so die Gegenstände alle wiederfinden. Schwacher Flammenwerfer. Dieser Flammenwerfer könnte sich dir als nützlich erweisen, mein Kind. Ich glaube, da ist eine andere Pistole, die ich im Lager habe. Meine Mannschaft ist voll. Warum ist denn meine Effizienz so schlecht? Na gut, dann gehe ich erstmal der Kraken-Story weiter hinterher. Wir wurden erzählt, dass einer der eisernen Wächter vor kurzem hier war. Es handelt sich um ein Schiff der Seeker. Oh, das ist ein Schiff der Seeker. Wo ist denn der stille Hafen? Das könnte der stille Hafen sein. Ja, ich habe die Handelsroute angegriffen. Da ist nur vier bekommen. Absolut jeder Hinweis und jede Erwähnung der Eisernen Wächter hat mit den Seekernen zu tun. Kein Wunder, dass es so schwer war, etwas über ihr Versteck herauszufinden, wenn sie damit zu tun haben. Vielleicht sollte ich persönlich auf der Silberinsel vorbeischauen. Besuche die Silberinsel im Norden. Die Leute dort wissen etwas. Ah ne, da unten ist alles hängen in den Seilen. Da immerhin Piraten mögen mich. Niemand hier hat von Dingen wie diesen gehört und nun sehe ich ziemlich seltsam aus. Das ging jetzt hier um die Seile. Flinkstein, beschleunigt das Nachladen der Kanonen. Meerjungfrau drehen. Panzerung wird reduziert, aber die Manöverfähigkeit wird erhöht. Als wenn der echte Meerjungfrauen drinnen wären. Gehen fort mit dir. Du Lügner. Ich habe an der echten Meerjungfrau geheiratet. Ich weiß, wie die aussehen, die Tränen. So, diese Krakenkreatur verschlingt schon lange Schiffe. Leider wollen diese dämlichen Narren mir nichts weiter dazu sagen. Ich muss mich also auf andere Art und Weise mit ihnen unterhalten. Unterhalte ich über Kanonen mit den Seekernen. Felsschlangen. Aber das meinte der wahrscheinlich nicht mit einer Unterhaltung. Ach, hier gibt es Medizin. Schöne und Schöne. Ich weiß nicht, was die damit meinen. Vielleicht mit denen jetzt über Kanonen reden soll. Soll ich nicht eigentlich mal irgendwie EP kriegen, damit ich hier weiter aufsteige? Oder muss man diese Bücher verdienen? Alternativ kann ich ja immer noch. Ja, komm. Hängt in den Seilen. Ich habe schon mehrmals von einem Kobalt gehört, der an Bord leben soll. Sie nennen ihn Klabautermann. Er ist ein cleverer, elfischer Geist. Wenn hier dunkle Magie am Werk sein sollte, müssen wir die Seeker besuchen. Was haben die Seeker mit einem zu tun? Ja, es sind Wissenschaftler. Aber ständig fahre ich eigentlich nur zu denen zurück und dann sagen die, ne, mit euch reden wir nicht. Beim Klabautermann, es ist ein Klabautermann. Was soll man anderes dazu sagen? Ich halte mich dahin wieder zurück, wo ich herkomme. Ich versuche übrigens die ganze Zeit nicht zu viele Quests anzunehmen, weil dann bist du halt nur unterwegs. Und hast du überhaupt keinen Überblick mehr, was du gerade machst. Die Seeker wissen etwas Wichtiges, aber sie wollen ihr Geheimnis nicht preisgeben, ohne Gold dafür zu halten. Das ist diesmal vermutlich auch besser, als rohe Gewalt anzuwenden. Es kostet mich schließlich nur 2000 Piaster. Besorge auf friedliche Art und Weise Informationen von den Seekern, indem du 2000 Piaster im Hafen der Silberinsel dafür bezahlst. Der Klabautermann hat ein ziemlich seltsames Gemüt. Seine Umtriebe können eigentlich nur bedeuten, dass er etwas will. Er ist ein Geist und kommt nur zu den Auserwählten. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, eine andere Welt zu sehen. Du musst ein ganz besonderes Öl finden. Es verbrennen und seinen Rauch einatmen. Finde das Aliverische Öl und kaufe es für 500 Piaster. Und ja, unterwegs zu sein, ist einer der Sinne der... Also... Ist schon gewollt, dass man rumfährt. Da muss ich die Kanone hier kaufen. Dann habe ich im Moment kein Geld dafür. Um dein Ansehen und deinen Seekern zu erhüllen, musst du manchmal die Schmutzarbeit erledigen. Wir müssen Erz aus den östlichen Gewässern ins Lagerhaus auf der Silberinsel liefern. Lass mich überlegen. Da gehst du zu den östlichen Gewässern drüber. So, hier hatten sie einen Tropfen Öl, aber den hat schon jemand anders gekauft. Das interessiert mich alles nicht. Geht weg. Okay, da mache ich mit. So, wir zahlen die Crew. Hier gibt es kein Öl. Ist das Zeug wirklich so selten? Dann habe ich gleich kein Gold mehr. Na, das hat sich gelohnt. Ah, wir haben ja schon fast zwölf Uhr. Dieses verdammte Öl zu finden, ist verdammt schwer. Zum Glück hat ein seltsamer Händler mir etwas davon verkauft. Wir müssen das Öl jetzt nur noch zu einem Mondfeuer an einem Ort bringen, wo eine warme Luftströmung auf der Ka... Oh mein Gott, auf eine Kalte trifft. Tritt mit einer anderen Welt in Kontakt. Hafen der Stille. Ist das nicht der Hafen auch? In der schwarzen Lagune zu laden. Nein, ich muss wirklich die Karte hier verlassen. Dafür musst du wirklich durch ein Portal. Ich bin gespannt. Sensemann. Der Legende zufolge streift ein mysteriöses Schiff seit Jahrzehnten über die Weltmeere. Wer an Bord geht, verlässt das Reich der Lebenden. Stirbt jedoch nicht. Die Crew der Sense... Der Sensemann kann nichts schrecken. Erobere das legendäre Schiff. Kein Problem. Sind alle tot. Muss ich vorher seinen Schatz erstmal kaputt machen? Schön, dass übrigens die Quests markiert sind mit Schwierigkeitsgrad. Nicht. Ganz schön viel Seemannsgarn hier überall. Verdammt nochmal. Säuferkatzeninsel. Ich habe die Dokumente. Nun muss ich zu den Minen und das Erz einsammeln. Erlaubnis, das Erz der Seeker zu laden. Meeresbauer liebende Herzen, Flüchtling. Ach, da ist der Sensemann. Kann ich das Erz nicht einfach kaufen? Das sieht aus wie Rauchgranaten. Natürlich kacke. Dass du das hier nicht siehst, ne? So, mal gucken, ob wir den Sensemann besiegen können. Ich denke mal, das legendäre Schiff wird uns kaputt machen. Ach, da ist der Erzabbau. Ich glaube, da vorne war das Sensemann-Schiff. Wenigstens ist hier mal gutes Wetter. Okay, es blitzt hier auch. Ah, jetzt ist Regen. Ohne Scheiß, grad war noch hell. Anomalie. Anomalie. Stärke, Säge 600. Nö, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Das ist eine einzige Wolke, die immer über dir schwebt. Er hat einfach eine schöne Schiffsbemalung. Und deshalb heißt der Sensemann. Okay, seine... Versuchen, seine Segel auszuschalten. Scheint keine so gute Idee zu sein, oder? Oh, oh, Insel voraus. Das ist eine exercise. Ich denke, dass sie wahrscheinlich nicht schwebt. Nicht so. Okay. Machst du das? Alle K호. Bis zum nächsten Mal. Alles gibt es einen Schiff. Ich glaube, das ist ein Schiff. Ich glaube, das ist ein Schiff. Der Sensor, Mann. Ich glaube, der kann es nur versenken, oder? Ich würde ihn schon gerne entern. Nee, das Schiff sollst, du sollst halt den legendären Piraten erledigen, beziehungsweise das legendäre Schiff erledigen. Wie oder was du machen sollst, stand jetzt nicht großartig dabei. Die Säge nehmen einfach so beschissen wenig Schaden und das ist gerade echt eine Kackstelle. Ich spiele halt gegen den Tod. Seine Säge sahen vorher schon kaputt aus. Na, voraus. Tempo. Tempo. T dem, tum, 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 tum. Oh, sehr schön. Wir konnten entern. Aber erstmal mit Schrapnell-Munition. Weil unsere Crew ist leider schon ziemlich arschgefickt. Stopp, 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 stopp. Nein! Lass das! VW, du explodierst gleich, du Kackschiff. Sollte unsere Crew nicht unsterblich sein? Ach! Ihr solltet nicht solche Namen für voll nehmen. Als wenn da wirklich Untote drauf wären. Seht ihr? Ganz normale Untote. Beziehungsweise schimmelige Zombies. Alles, was eine HP war, hat Gerd getötet. Achso. Ah! Jetzt habe ich eine zweite Attacke. Nimm das! Bam! 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 Yeah! Ja, das Schiff würde ich gerne mitnehmen. Da bin ich mal gespannt. Das sollte doch besser sein als unser Schiff. Auf jeden Fall cooler. Du bist jetzt der Kapitän der Sense, Mann. Die Crew hat dir die Treue geschworen. Nee, noch nicht. Aber bald. Und wir haben plus vier Schüsse. Die Reichweite wird erhöht. Der Nahkampfschal wird erhöht. Die Säge sind was stärker. Der Rumpf ist auch stärker. Reparatur des Rumpfes geht auch schneller. Du kannst bis 30 Besatzungen drauf haben. Treffergenauigkeit höher. Cool. Hat sich schon gelohnt, hier ins andere Gebiet zu fahren. Auf in den Hafen, das Schiff wechseln. Und, äh, in der Taverne neue Crew suchen. Mit Alkohol. 350 magische Reserve. Aber dafür kannst du sie nicht anpassen, im Aussehen. Die Sense, Mann sieht immer aus wie Sense, Mann. Jetzt habe ich behalte das normale Schiff. Neulinge sind for free. Okay. Ich will aber gerne erfahrene Leute haben. Also als, äh, Kämpfer. An Deck. Was? Wir können hier eine zweite Kanone mit ausrüsten. Bei der Schiffsausrüstung. Sehr, sehr schön gefällt mir. Das ist ein, meine Crewman. Geil, meine Crewman sind jetzt auch alle untot. Yeah, Junge, endlich sind wir auch untot. Cool. Ich glaube, wie sie sich freuen, ey. Die tanzen jetzt die ganze Nacht durch. Ja, ich rieche nach gammeligem Fleisch. Käpt'n riecht auch nach gammeligem Fleisch. Juhuuu. Seit wann werden Zombies von Silber getötet? Mein Gott, ihr werdet in einer mystischen Welt am Ende. Man muss natürlich erstmal mit einem Haufen Bauern die Herrschaften, äh, ausrauben. Ne, stimmt gar nicht. Einen gefangen nehmen und dann muss man alle Materialien daran testen. Das ist Wissenschaft. Hm, Kampf? Anscheinend will mir der Turm da auf die Eier gehen. Wem auch immer der gehört. Für sowas habe ich keine Zeit. Wenn du die Ärzte von die Idioten holen und gut bist. Ohne Scheiße muss wirklich gegen den Turm erst kämpfen. Ich weiß gar nicht, was so ein Turm aushält. Okay, Rumpf 400. Das ist eigentlich nicht so viel. Wenn man mir denkt, das Schifffeuer hat Rumpf... Also wir haben einen Rumpf von 1440. Legt euch nicht mit dem Sensenmann an. Ich habe Ausfälle auf den Hinteren geschossen. Aber mein Magiekram kann ich auch einsetzen. Wie auch immer ich den Hinteren gerade treffe. Prost! 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 Ich mache es mir gerade eifrig. Ich stehe einfach rum. So, danke. Ich will eigentlich nicht diesen billigen Crewman da unten heilen. Hmm, 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 hmm. So, 60 Erz an die Silberinsel liefern Dafür müssen wir wieder zurück ins alte Gewässer Wozu gehört das hier oben eigentlich? Die Händer beeinflussen die Preise in allen Städten an den örtlichen Gewässern Die Preise werden alle 5 Tage erneuert Die Handelskoalition ist eine Allianz aus verschiedenen Fraktionen vereint Im Streben nach Profit Engage, Führer Also irgendwie finde ich ein bisschen doof, dass du hier noch aktiv durch das Ding durchfahren kannst, als wenn man es nicht automatisch berechnen könnte. Was soll ich denn sonst an der Stelle wollen? Das sind nur ein paar Sekunden. Ach, unterwegs können wir mal die Flaschenpost angucken. Ich glaube, alles skaliert so ein bisschen. Und wenn ich mich täusche, sind wir alle tot. Ich fühle mich jetzt stark mit dem Schiff. Alles gut. Trauern wir uns an alles ran. Einer der Matrosen hat eine Flasche im Wasser bemerkt. Wir mussten ein wenig vom Kurs abweichen, um sie an Bord zu holen. Sie enthielt Sand, einen ungewöhnlichen Stein und ein Siegel. Ich habe ein Glas voll Dreck mit einem Herz drin. Ich glaube, diese Zeichen werden uns irgendwo hinführen. Wir sollten uns mit einem der fahrenden Kartografen unterhalten. Wieder Silberinsel. Müssen wir eh hin. Um das Erz abzuliefern für die Mission. Der fahrende Kartografen sieht sich den Inhalt der Flasche an und gibt uns ein paar Hinweise, wo diese Zeichen hinführen könnten. Den besonderen dunklen Sand gibt es nur im Süden und diese Art von Steinen stammt aus dem Westen. Das Siegel wird nur von Händlern getragen. Wir überprüfen die Koordinaten, die wir erhalten haben. Hier wurde schon lange kein Erz mehr geliefert. Die einheimischen Arbeiter waren sogar glücklich über die Arbeit und ich soll mir meine Belohnung etwas später abholen. Warte ein paar Tage. Na toll. Western-Expedition. 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 Achso, das ist der... Alles hängt in den Sein mit dem Klabautermann und da unten ist die Flaschenpost. Ich höre den Hund schon wieder bis hier vorne schnarchen. Und ich bin nicht der fliegende Holländer. Ich bin der Sensenmann. Ich habe alles so genauso gemacht, wie die Seekers mir gesagt hatten. Plötzlich sah ich die Konturen eines kleinen Mannes. Nach einer Weile war er sogar ziemlich gut zu erkennen. Wie das vor sich ging, ist nicht sonderlich wichtig. Viel wichtiger ist nämlich, dass dieses versiffte Wesen mein Leben auf See komplett umkrempeln will. Wenn ich seine seltsame Forderung nicht erfülle, finde einen mit Goldfaden bestickten D-Rock für Kinder und kaufe ihn für 400 Piaster. Ich habe keine 400 Piaster. Ey, die Flaschenpost führt mich zu einer Insel. Auf dieser Insel scheint es keine Menschen zu geben. Wir sollten den anderen Ort überprüfen. Echt? Wie habt ihr das gesehen zwischen den beiden Palmen? Liegt hier einfach Gold rum. Zuerst sahen wir nur ein Licht am Horizont, aber dann kamen wir näher und fanden einen Überlebenden. Er war sich seines Todes sicher. Jetzt, da er überlebt hat, möchte er bleiben und auf unser Schiff arbeiten. Für die Besatz-, also für die Kämpfer-Besatzung. Aber wenn ich bin vonavais, derrière dann aber eherbuilding. Hier ist es ein James Ridurow. Ja, kommt ein Mensch Geoff'syn. Und ich komme an. Du bist zerstört. Erst bitte wieder. punish liftOSH reizigungsvolle buddy Rauch Aus Es ist Zeit, zur Silberinsel zu fahren. Und ich hoffe, ich kriege Gold. Das ist das Einzige, was mir zur Zeit fehlt. So, für die Erzlieferung wurde ich fürstlich entlohnt. Dieses Juwel ist äußerst selten. Ich wüsste nicht, wo ich es sonst bekommen sollte. Ach, da ist für Artefakt eine Verbesserung. Toll! Es ist bestimmt toll. Trotzdem wäre Geld besser gewesen. Was bringt mir das Artefakt, wenn die Mannschaft mich irgendwann mal Kiel holt? Was? Ihr wollt... Sollt? Äh, ich hab dieses wundervolle Artefakt. Oh ja, Käpt'n. Dieses wundervolle Artefakt. Die sind allmächtig. Warum muss ich eigentlich Untote bezahlen? Alles nur Unsinn. Untote wollen auch mal auf die Geisterbahn. Die haben doch gar keine Angst. Spiel, gib mir Schiffe, die ich überfallen kann. Fällt mir jetzt nicht gerade ein Seeker-Schiff. Ich glaub, wenn du dir selbst schlägst, die schlachten, kriegst du auch mehr Loot raus. Also ist mein Gefühl bis jetzt. Also ist mein Gefühl bis jetzt. Untote können keinen mehr hochkriegen. Aber die können ja den Knochen reinhalten. Geil, sie rammen sich selbst. So, sterbt. Stirbt. Ach, Imperativ. Hm. Hm. Schiffe erobern, das ist die, das bringt Kohle. Ich glaube, das hier ist einfach ein Ford. Ah, ich will euch nicht angreifen! Hilfe! Ich wollte nur mal gucken, ob ich da vielleicht auch an Land gehen kann. Wir haben, hier haben wir einen G-Rock, aber leider von der falschen Farbe. Wir müssen unsere Suche fortsetzen. Ach, beim Klabauter, Mann. Doof, dass ich die Kanone verkauft habe damals, ne? Aber ich konnte ja nicht wissen, da ich irgendwann hier zwei einfügen kann. Okay. Das war's für heute. Boah, von beiden fast die kompletten Säge schon weggeschossen. Wundervoll. Wir kommen jetzt an Bord. Greif die Lebenden an! Aua. Selbst ich bin untoter Kapitän jetzt. Verstärkt die Crew. Da kann ich mein Gesicht nicht sehen. So, schieb die Kacke da weg. Ich glaub, wir sind gar nicht untot, nur ungewaschen. Das kann alles sein. Hast du mich grad mit deinem Stiefel gestreten? Du dreckiger Schuft. So, wundervoll. Die bringen immerhin 600 im Verkauf. Sonst werde ich nämlich gleich mal bankrott. Und da hab ich nämlich keinen Bock drauf, kein Geld mehr zu haben. Ja, wenn ich selbst schlage, krieg ich mir erst bei Auto. Also, es ist wirklich mein Gefühl. Also, ich hab grad wieder gesehen, was für einen Loot ich bekomme. Schon wieder die falsche Farbe für den G-Rock. Kurz-Kanone. Ich weiß, wir kommen jetzt 10% weniger, als im anderen Hafen. Aber ich kann das erste Schiff gar nicht verkaufen. Weil's auch ein Spezial-Schiff ist. Aber ich will jetzt hier gerne die Kurz-Kanone mit einkaufen. Dass ich die hier mit reinsetzen kann. Also im Schiffsausbau. 22 Schüsse. 12 Sekunden wieder aufladbar. Reichweite 9. 2,2 Sekunden fürs Anvisieren. Das als Pirat so schwer ist, sich über Wasser zu halten. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin da auch nur ein Familienvater, der seine Kinder ernähren will. Nicht. Auf nach Tortuga. Tortuga. Jetzt hab ich endlich die Klamotten für die Geisterz... für die Geisterzwerge. Und wär's verdammt nochmal schuld daran, dass er nicht an Land gehen kann, vielleicht müssen wir mit der nächsten Forderung weitermachen. Kämpfe mit dem einbeinigen Kapitän und nimm ihm die Pfeife ab. Es ist momentan allerdings noch nicht ganz klar, gegen wen wir kämpfen müssen. Wie es aussieht, könnte der Kapitän ein Händler, ein Zieker oder sogar ein Pirat sein. So, die Rauchkugeln brauche ich nicht. Die rostigen Kanonenkugeln auch nicht. Die Bomben verwendet er übrigens ganz gerne, wenn ich die von... also von anderen Schiffen übernehme. Und das sind unverschämte Preise. Ich sollte den Hafen einfach in die Luft sprengen. Also kämpfe ich irgendwann wieder aus Versehen gegen den richtigen Piraten? Ich schau mal, was beim geheimen Land ist. Wir haben gerade eh nichts Besseres zu tun. Das scheint ein Rätsel von Monolithen zu sein. Ich habe gesehen im Video, man kann auch, glaube ich, an manchen Stellen an Land gehen. Weil, ist es genau das? Es ist wirklich genau das. Vernichte alle Monster auf der Insel, um das Siegel am Eingang der Schatzkammer zu brechen. Warum werden meine Kanonen mit angezeigt? Oh mein Gott! Ach, da gehe ich wieder aufs Schiff. Verdammte Hacke nochmal! Ha! Nein! Ach, diesmal darf ich sogar Crew mitnehmen. Ich finde die drei Schlüssel zur Schatzkammer der Piraten in der Nähe eines der Lager. Oh mein Gott! Nimm das, äh, netter Freund. Ah, da ist blocken. STRG ist blocken. Gut, dass mir das Spiel nie erklärt hat. Ah! Hey! Mein Gott, wie soll man das denn schaffen? Pfff. 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 Jedenfalls nicht so. Da beteilige ich mich nicht. So, und jetzt fahre ich, glaube ich, gegen die Piraten. Oder einfach gegen alle. Ein Traum wird wahr. Ja. Pfff. 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 Nein, 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 weg! Oh, oh! Meine untote Crew scheint das nicht hinzukriegen. Komm, bitte! Die KI ist scheiße! Blockt euch gegenseitig! Ich verarsche euch alle! Komm her! Der Kapitän stirbt als Letzter, wenn überhaupt! Bei der Macht von Greyskull! Ich bin Adam, Prince von Eternia! Und das ist Ginger, meine freundliche Katze! Die sich in Battle Cat verwandeln kann! Möge die KI weiter versagen! Hm hm hm! Nein! Yeah! Ich und meine... Nein, nur ich alleine! Crew gibt's nicht mehr! So! Ein Traum! Gucken wir mal, was das Schiff wert ist! Nix! 1.100! Das ist ja nix! Da hat sich der Aufwand nicht gelohnt! Das ist halt ein Handelsschiff, ne? Ein gut gekauftes... Ein gekauftes Schiff... Also, oh mein Gott! Ein gekauftes neues Schiff vom gleichen Rang ist viel mächtiger! Okay! 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 So! 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 Okay! So! So! erneuter Verrat. Da ist kein da ist kein Zeichen dran, ihr Arsch, äh, Entschuldigung, nicht ihr Arschlöcher. Ich glaube, die Barg ist mehr wert, weil die mehr Kampfkraft hat. Als das Handelsschiff. Es war halt nur doof, dass noch so viel Besatzung gelebt hat. Und die KI ist halt nicht, äh, das Beste. Und die KI ist, äh, das Beste. Sehr schön. Alle Unterstützungsschiffe sind schon tot. Die KI ist halt, äh, das Beste. Also wenn ich die Schadensentwicklung so sehe und halt wie viel Schaden ich mache gerade habe ich das Gefühl das könnte also das wird nicht knapp sondern das ist nicht zu schaffen mehr selbst wenn ich wollte stimmt sogar selbst das Ladevolumen von der gekauften ist 500 höher als von der vorhin eroberten wird Untertitelung des ZDF, 2020 Ähm, dann nehmen wir die Kanonenkugeln. Warum sind riesige Türme einfach und ich kann sie nicht vernünftig anvisieren. Weil ich einfach vorher Reichweite bleibe. Und dann nehmen wir die Kanonenkugeln. So, das war ein Turm. So, das war ein Turm. Nee. Kann man meinen vergessen. Nein, nicht. Das Feuer rafft mich da hin. Bitte nicht. Okay. Aber das schafft man doch nicht. Der Mörser macht ihm hart zu schaffen. Soll ich einen Mörser haben, der den sehr zu schaffen macht? Oder wird ein Mörser mir zu schaffen machen? So, alle Noobs an die Kanone. Weil sollte man erstmal die normalen Dinger machen. Er macht dir viel Schaden, alles klar. Ich denke mal, wenn man mit den Bomben angreift, machst du nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und dann könnte es besser sein, insgesamt. Was haben wir denn hier? Kleines Erbe. Vor kurzem ist ein allseits geschätzter Händler verstorben. Die Papieren zufolge, die ich in seinem Anwesen fand, müssten so einige Wertgegenstände in den Lagerhäusern des Königreichs sein, die nach dem Recht der Handelskoalition seinen Verwandten gebracht werden müssen. Ich kümmere mich darum. Suche das Dorf in der Bucht des Schweigens, lade die Wertsachen aus dem Lagerhaus und zeige die Papiere. Um unsere Loyalität zur Handelskoalition zu beweisen, müssen wir unsere Methode gegen unsere Feinde anwenden. Und le... Und müssen wir ihre Methoden gegen unsere Feinde anwenden. Und leider greift sie nur selten zu den Waffen. Wir müssen die Schwarze Lagune in den Gewässern im Osten besuchen. So, da ist das Lagerhaus. Von kleines Erbe. Hä? Krakeneintopf? Da ist ein Questziel. Da habe ich die Segel nicht zerstören können. Da ist die Krake. Oder was auch immer es für ein Vieh ist. Sagen wir, es ist ein Seemonster. Sagen wir, es ist ein Seemonster. Das sind ein Seelenster. Also weوں, es gibt einen Kingurar Haus. Ändasem nicht. Oh, Gott! Oh, Gott! So, nicht sterben. Eine Schrotflinte wäre eine schöne Sache. Das gibt nicht mal Frinty Fire. Oder eine Handgranate. Eine heilige Handgranate. Aber was hatte ich davon jetzt? Okay, der hat das Schiff hier angegriffen, aber ich konnte mit der Krake nicht interagieren. Naja, wenigstens haben wir sie mal gesehen. Schon wieder Kraken eintopft. Ach, Schwätzer! Hä? Warum haben wir denn hier einen Kontakt mit Schwätzer? Ist doch ein ganz anderes Gebiet. Oder die Markierung ist falsch. Ja, hoffentlich schaffe ich das mit 50% Rumpf. Da müssen wir sofort auf Zerstörung gehen. Sehr schön. Da vorne sind auch zwei rote Punkte. Irgendwie ist alles nicht in dem Gebiet, wo es sein sollte. Ich repariere mich mal kurz. Dann kann ich die Verwundeten jetzt nicht äh... Ohne Medizin mal antreten und sagen, du bist wieder gesund. Mit zantianisches Seil. Brennbare Knollen. Treffergenauigkeit plus 2%. Kann ich die Verletzen nicht rausschmeißen? Verzieht euch! Ich brauche euch nicht mehr. Ich brauche euch nicht mehr. Wo ja gerade ein bisschen Prozente drauf sind. Ja. Dann verkaufen wir dir drüben Bugs 1000. Die Musik erinnert dich an Ni No Kuni. Na ja, ist schon ein bisschen was her. Da freue ich mich übrigens, warum die das erste Remastern. Das erste sah auch schon gut aus. Das Erbe ist verladen, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Liefere die Fracht zum südlichen Dorf auf der Mutterinsel. Ich kann die Fracht doch auch einfach verkaufen und abhauen. Ich glaube, ich bin immer so nett und liefere die wirklich aus. Ich fühle mich schon richtig scheiße, weil ich so viele Schiffe von ihnen abgeknallt habe. Der südlichen Mutterinsel. Ach da. Mutterinsel. Das südliche Dorf wäre das hier. Jedenfalls das gehört der Händlerfraktion. Trotzdem ist das komisch. Wie es aussieht, haben die Piraten vom Erbe gehört und versuchen die Fracht abzufangen. Bestimmt wissen die nicht, mit wem sie es zu tun haben. Weil da ist ja nirgendwo ein Ausrufezeichen. Naja, er sagt mir eh besiege die Räuber. Also scheint es erstmal irrelevant zu sein. Hm. Und irgendwie kommt auch keiner. Ja. 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 Und da hatten wir die Mission eigentlich angenommen. Beim Hafen der Stelle, aber da passiert ja auch nichts. Kann sein, dass diese ganzen Quests falsch markiert sind. Das sind zwar Piratenangriffen, aber die gelten nicht mehr. Aber es ein... Wisst ihr, was wir haben dank der Untoten? Unendliche Moral. Das fällt mir gerade erst auf. Ach, ich geh mal rüber zur neuen Welt. Ja, ich glaub, da ist die Asia-Welt. Und da ist DLC. Macht auf jeden Fall den Anschein. Da wären wir jetzt. Sollten wir herausfinden, ob es die Möglichkeit einer Audienz beim Kaiser gibt. Vielleicht ist eine Belohnung für den Ausgesicht, der seine Tochter findet. Deshalb, hier wird das nix... nix sein. Was hat nämlich hier mit der Tochter des Kaisers zu tun? Das hat nix mit der Mission zu tun. Hmm. Meerjungfrauen, als wir uns in der Nähe von Nebelhafen befanden, war die See um uns herum plötzlich in ein seltsames Leuchten getaucht. Es wirkte so, als versuchte es, sich ins Schiff zu schleichen. Die Sache war so schnell vorbei, wie sie begonnen hatte, aber meine Crew war alarmiert. Wir sollten schleunigst von hier verschwinden, bevor uns etwas wirklich Ernsthaftes zustößt. Er fände ich so weit wie möglich vom Nebelhafen. Zum Glück ist uns nichts mehr in der Art passiert. Daher konnten wir in Ruhe und Frieden vom Nebelhafen verschwinden. Vielleicht übersehe ich auch gerade einfach ein Ausrufezeichen hier. Das ist ein Ausrufeichen hier. Morpheus Weg. Ne, Maximus Weg. Besuche die Arena, um zu kämpfen und gutes Geld zu verdienen. Achso, da ist PvP. Wo soll ich die Crew auch hinlassen? Das ist so kacke. Ich kann den Scheiß da nicht mal verkaufen. Das ist wirklich kacke gerade. Jetzt bin ich nicht. Ich bin nicht. Dann gehen wir zur... Das bringt ja auch nichts, wenn ich zur schwarzen Lagune gehe. Weil mein Lager ja immer noch voll bleibt. Einer der von den Matrosen hat nachts plötzlich zu weinen begonnen. Er schwört, dass er eine Meerjungfrau gesehen hat, die die Arme nach ihm ausstreckte. Ich sollte ihm mal lieber den Zugang zum Rum beschränken. Hm, Kerbautermann, Meerjungfrauen. So, da ist ja die schwarze Lagune. Da waren wir ja schon mal wegen dem Erzabbau. Ich dachte immer, dass Piraten die schlimmsten Feinde der Fraktion sind. Damit lag ich falsch. Der mysteriöse Orden hat in letzter Zeit weit mehr Schaden angerichtet. Wir müssen einen falschen Bedarf in ihren Städten erzeugen. Zuerst einmal kaufen wir eine große Menge Weizen und liefern ihnen ein Dorf auf der Insel Atlantus. Kauf mit deinem Geld 200 Säcke Weizen. Aber es war nicht hier. Eis noch nicht hier. Falls dich vor ein paar Wiener? Haha, klopft! Ich habe kein� mitä Dwarf fiilte. Ich habe, dass ich deutlich. Ich habe, wie ich jetzt in drei Jaguar. Wie 6 6 6 Liebende Bauern, Flüchtlinge. Ich decke die Karte mal eben auf. Dem Matrosen geht es kein Deut besser, wir müssen im nächsten Hafen zu einem Doktor. Dann geht doch mal eben kurz hier an Land. Ja, scheint nicht so zu sein, dass hier ein Doktor ist. Ah doch, bietet Verletzten eine kostenlose Behandlung in ihrem Hospitäl an. Kann man eigentlich mit allen Fraktionen sich gutstellen? Denke schon, Shad ist leise, alle sind schon eingeschlafen. Urrrr, urrrr. Ich würde mal tippen, dass das der Orden ist. Eine Wasser-Aura. Ein Heilstein bringt das Schiff wieder in den unbeschädigten Zustand zurück. Kooperatischer Schildkrötenpanzer. Ich weiß gar nicht mehr, wofür hier die Markierung ist. Wobei ich glaube, das ist eine falsche Anzeige einfach. Durch das Quest. Wegen dem mehrere Kämpfe in Folge gewinnen. Was ist denn so schwer, eine vernünftige Questmarkierung zu machen? Hm. Hm. Du Sauhund. Ich bin irritiert, der hält gut was aus. Im Vergleich zu sonst den Schlawinern, gegen die wir kämpfen. Balthazar, was läckst du hier deine Nase wieder auf dem Boden? Vor allem seht ihr hier eine Insel Atlantus? Ja, ich nämlich auch nicht. Die Nase wieder auf dem Boden. Die Nase wieder auf dem Boden. Insel Atlantus. Im Hafen sprach uns ein merkwürdiger Mann an. Er wirkte nicht wie ein Matrose, mehr wie ein Bauer. Er wollte sich uns anschließen und erzählte, dass er als junger Mann die See mit seinem Vater bereist hatte, bis zu dessen Tod. Brauche ich diesen Taugenichts von einem Bauern wirklich an Bord? Mir fällt gerade ein, ich habe die ganze Zeit einen Matrose nicht eingesetzt. Aber dadurch verliert meine Crew auch noch, also sie macht mehr Schaden, aber die Panzerung nimmt ab. Und da ist der Schiffbrüche, den wir zwischendurch aufgelesen haben. Liebende Herzen. Im Hafen bat ein Fremder, uns an Bord gelassen zu werden. Er war sehr verschwiegen. Offensichtlich wollte er die Insel unbedingt verlassen. Ich schätzte, wir können ihn mitnehmen. Der Reisende bittet darum, für einen bestimmten Betrag auf die Insel Silia gebracht zu werden. Kommt da alle mit? Bin eh irgendwie so eine Art Reiseboot für alle. Als wir loslegelten, erzählte uns der Reisende ein wenig von sich. Seine Liebe wartete auf ihn auf der Zielinsel. Zwei Jahre sind vergangen, seit er fälschlicherweise beschuldigt, verhaftet und in ein fernes Gefängnis geschickt wurde. Erst vor kurzem konnte er entkommen. Und nun freundet er sich auf die Wiedervereinigung mit seiner Frau. Der Reisende bittet darum, für einen bestimmten Betrag für die Erb. Das wissen wir ja. Die Königlichen Wachen jagen einen entflohenden Strefel mit dem Spitzennamen die Klinge. Wenn ich ihn einfange, erhalte ich eine Belohnung. Fahre die Piraten im östlichen Gewässer nach der Klinge. Ekelhaft Hund. Bäh! Hund weckt mir gerade die Beine ab. Komm mal her, du kleiner Papagei. Hosen sind... Ne, also sind schlecht für Streams. Das beeinflusst die Stream-Qualität. Niemand hat etwas von einem Piraten namens die Klinge gehört. Die Piraten auf den anderen Inseln sollten mehr wissen. Ich verkaufe gleich den ganzen Scheiß von denen. Ja, da sind die liebenden Herzen. Was ist das denn hier? Deutsche Wehrmacht? Oh, schön hast du gerülpst, Dicker. Dunkelblattkamm. Wir brachten den Reisern auf die Insel und er gab uns das Geld. Doch bald war er wieder zurück. Seine Frau war nicht hier. Die Nachbarn sagten alle, äh, sagten alle hätten ihn für tot gehalten und seine Frau für eine... und seine Frau für eine Witwe. Sie konnte in dem Haus nicht weiter leben. Sie hatten... Sie jede Nacht schluchzen gehört. Sie war in den schwarzen... in die schwarzen Lagun gezogen. Der Reisende bat uns, ihn für einen noch größeren Betrag dort hinzubringen. Klar, komm mit. Wir haben aber nix zu essen. Upsala. Verdammt. Nicht alles immer anklicken-proof. Jetzt habe ich 500 bezahlt, um den Ruf zu verbessern in einer anderen Fraktion. Aber das scheinen die Agent... äh, nicht die Agent zu sein, sondern das ist der Orden. Und ich brauche einiges an Geld, um so viel Weizen zu kaufen. Und ich brauche auch ein Schiff, was das tragen kann. Mein Schiff kann das gar nicht gerade. Nicht nur, weil wir den ganzen Kram noch von der anderen Mission drin haben, sondern selbst wenn das weg wäre, wäre mein Schiff nicht in der Lage, alles zu tragen. Mehr Schiff nicht in der Lage, alles zu schaffen. Die Klingel ist hier vorbeigekommen, hat Alkohol-Munition gekauft und zog dann in die zentralen Gewässer weiter. Spüre die Klingel in den zentralen Gewässern auf und entere sein Schiff. Dafür brauche ich Kugeln, die ich hier nicht habe. Unlachharz. Geschwindigkeitsmanöver erhöhen. Da unten ist er. Na, hoffentlich reicht das. Falls du sagst, wo willst du denn hin? Hund, erstmal willst du zu mir hier hoch. Und dann darfst du nur. Und dann darfst du nicht mehr hoch. Komm, geh runter. Ja, ich weiß. Du wartest auch, dass Papa ins Bett geht. Und ja, ich bin der Papa vom Hund. Alles andere wäre gelogen. Ich habe seine Kacke weggemacht. So, holen wir uns die Klinge. Das war wirklich sicher. Na komm, ein bisschen Schrapnel-Munition drauf. Unser Enter-Kommando ist nicht mehr so fit. Toll. Ganzer Beschuss abgewehrt. Ich fass das nicht, ey. Na komm, wir fallen einfach rein. Aufgeschissen. Zeig doch mal, was Untote können. Jetzt bin ich die dümmste Crew-KI für Kämpfe, die jemals existiert hat. Trotzdem hat das Spiel eine gewisse Faszination. Ich meine, sind ja... Ist der Gegner und seine eigene Crew gleich doof. Keiner ist im Vorteil. Naja, der Mensch vielleicht ein bisschen. Selbst wenn dieser Pirat nur mein Gefangener ist, erkenne ich mich selbst in seinen Worten und seinen Verhalten. Und mich selbst würde ich diesen stinkenden Königchen-Hund... und mich selbst würde ich diesen stinkenden Königlichen-Hund nicht ausliefern. Was willst du mir damit sagen, dass er zu unserer Crew gehört? Das ist ein blommier. Ich bin´warte. Zischen in´warte. ∀ So, der Reise bezahlt für die Überfahrt. Während wir im Hafen beschäftigt waren, kehrte er mit einem düsteren Gesicht zurück. Nachdem seine scheinbar verwitwete Frau auf die neue Insel gezogen war, wurde ein reicher Händler auf sie aufmerksam. In dieser Welt ist es für eine Frau schwer, sich selbst zu versorgen, also heiratete sie erneut. Der Reisender hat nicht mit ihr gesprochen, er wollte ihre Welt nicht wieder zusammenstürzen lassen, zumal sie ein Baby auf dem Arm trug. Nun hat er kein Ziel mehr und möchte sich uns anschließen, diesmal aber nicht als Reisender, sondern als Matrose. Hm. Schade. Wahrscheinlich war sie nur Hebamme. Nicht Hebamme, sondern Kinderschwester bei einem reichen Händler. Und das war gar nicht ihr Kind, sondern das von der Frau des Händlers. Aber so haben wir Matrosen bekommen. Wie? Amen. mit ein. Von. Gut. Gut. Weites Segel. Diamantenreiter Fregatte 2. Ich habe das teuerste Schiff, was ich bis jetzt gesehen habe, war 100.000. Was war es noch mit dem Meeresbauer? Was ist das mit dem Gefangenen? Nachdem ich mit der Klinge redete, erfuhr ich, dass er unschuldig ist. Die königliche Wache jagt ihn aus dem gleichen Grund wie ich, wegen des Geldes. Also traf mir eine Abmachung. Ich helfe ihm dabei, seine Verfolger loszuwerden und er bleibt auf meinem Schiff. Also mit Rosa hat er einen hohen Wert. Der gleiche Bauer aus dem Königreich ist wieder aufgetaucht. Es stellt sich heraus, dass er uns zwischen den Kontinenten mit Händlern hinterher gesegelt ist und uns nun eingeholt hat. Er ist wirklich hartnäckig. Die Hälfte meiner Crew würde seine Ausdauer beneiden. Ich werde ihm eine Chance geben. Chance geben. Probiere den Bauern in einigen Kämpfen aus. Achso, das ist der, der anheuern wollte bei uns, ne? Langsam wird es aber voll auf der Offizierebene. Da sind unsere Verfolger. Und der Hund hustet sich hier einen ab auf der Couch. Wenigens mal eine Markierung, die ich erkennen kann. Mein Hund raucht gar nicht. Ne Fregatte 2 vom Königreich. Und ne Bark. Ich hab 500 Kugeln parat. So. Ich hab jetzt das kleine Schiff schon mal erledigt. Naja, der Dicke wird ein bisschen schwieriger. Ja. Sollte echt erstmal versuchen, die Bark hinten zu erledigen. Ah. Wundervoll. Wir haben Besuch von der Krake. Die keine Krake ist, sondern irgendeine Art Alien. Ah. Das AIN hat mich gerade angegriffen. Ich glaub, der Hund hat aufs, äh, auf die Decke gekotzt ein bisschen. Und jetzt grad leckt er das ab. Ach, Tiere sind wunderbare Wesen. Sie sind uns so überlegen. Er macht alles sauber, was er rauskotzt. Ach, schön, Tornado. Oder wie heißt er denn auf dem Meer? Ich glaub, der Tornado will mir auch helfen. Da die Klinge sah, dass ich zu meinem Bord stehe, hält er mich für einen würdigen Kapitän und wird bei uns bleiben. Nicht, dass er woanders hin könnte. Stärke-Crew plus 50, Schadenpistole minus 1. Moment, ich halte, glaub ich, an und werde verlangsamt wegen diesem dämlichen Orkan. Er hat mich auch fast komplett zerstört. Gut, da ich wieder auf die Karte zurückgegangen bin. Irgendwie lockt er, ne, ich glaub, der Hund leckt einfach grad alles ab. Hier hat man einfach so Phasen. Übrigens haben wir die Klaue vom Leviathan bekommen dadurch, ne? Scheiße, wie viel sind denn jetzt... Ich glaub, 10 hatten wir von Silberwaren und 6 haben wir irgendwie eingesammelt. Ich brauch zu mir etwas Angst vor,sschein hinzu, Ach, alles ist so teuer. Jetzt versucht er seine eigene Nase zu lecken. Naja, immerhin haben wir meine Quest abgeschlossen. Ja, den Weizen kann ich mir nicht leisten. Weiter, Saar. Hey, ist gut. Wir machen gleich mal Feierabend. Ich weiß auch nicht, es ärgert mich halt gerade. Ich muss mal in das Diskussionsboard hier reingucken. Ob das irgendwie ein bekannter Fehler ist. Oder ob das jetzt ein aktueller bekannter Fehler ist. Oder ob das schon immer so war. Und ich einfach nur zu blöd bin, das richtig zu sehen. Geh was trinken, Walter, Saar. Wenn du Husten hast, ha? Ich creme dir gleich die Nase ein. Da guckst du blöd, ne? Der mag das mich nicht, wenn ich dem die Nase eincreme. Aber das musst du leider machen, weil die Möpse mit der Zunge nicht oben an die Nase-Spitze rankommen. Deshalb trocknet die aus. Jedenfalls bei ihm ist das so. Nicht bei jedem Mops. Aber es gibt auch nichts, wo du sagen kannst, okay, ich markiere jetzt den Kampf oder die Schlacht oder was auch immer. Wisst ihr, was das hier für ein Spiel wäre? Als ich früher auf der Uni war, wäre das das Spiel, was ich in den Pausen immer gespielt hätte. Auf meinem billigen Laptop. Weil es gelaufen wäre. Natürlich, jetzt kannst du das auch auf deinem Tablet spielen. Aber es wäre genau so ein Game. Was habe ich stattdessen gespielt? Ich glaube, erst die X-Komm. Also UFO und so ein Kram. Und habe irgendwelche Filme damals auf den Laptop geladen, um die dann morgens vor der ersten Chemie-Vorlesung zu gucken. Das waren noch Zeiten. Achso, da ist auch noch ein Zeitlimit da unten. Jetzt ohne Scheiß, was soll ich eigentlich gegen die machen? Wenn ich, eh, wenn ich angreife, die Arschkarte habe. Geht das als Schlüssel? Oh nein, da kann ich nicht rüber gehen. Lass mich durch. Lass mich durch. Du musst auf Distanz bleiben. Aber mit Schwertkampf kann ich das nicht machen. Hier muss ich mit den Kanonen ausschalten. Oder ich brauche eine bessere Handfeuerwaffe. Ja, zertrümmert sie. Ja, zertrümmert sie. War doch nicht ewig Zeit, ne? Unten ist da ne Uhr. Ah shit, das hab ich aus Versägen gemacht. Oh shit, das hab ich aus. Wie ich wenigstens ein paar Soldaten vom Schiff holen könnte. Ach, also doch in den Truhen. Und nicht mit den komischen Dingern da an der Seite. Dann gucken wir mal. Okay. 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 Die kann man gar nicht rüber im Moment. Piste Nummer 2. Da muss die letzte hier auf der anderen Seite sein. Guck mal, ne HP regeneriert auch außerhalb des Kampfes. Tja, betritt die Schatzkammer. Wie? Du hast Erfahrung, Gold und verzauberte große Segel. Und jetzt kommt der Öffnung. Dass ich die Schatzkammer wiederum. Oder ich bin leichtgeist. Das ist wirklich nicht auf dem Tag her. Die Schatzkammer. Gratulation an mich selbst Ich brauche nicht die Zustimmung des Shits Ich weiß wie toll ich bin So mehr Panzerung haben wir Die Stärke der Segel ist auch höher Und die Geschwindigkeit ist höher Verkaufen ein bisschen Medizin Den Wein verkaufen Und sonst ist die Crew voll Was ist denn wenn wir der gleiche kamen dann? Ich fahre mal hier unten Wir haben ja vorhin den Schwätzer hier unten gefunden In der letzten Woche hatte der Bauer mehr Erfolg Ich frage mich was er sonst noch so kann Hier unten muss Schwätzer stehen Damit das zu dieser Schwätzer Mission gehört Ach die Webcam hier ist wieder voll für den Arsch Wohl gebeten als Vermittler bei Verhandlungen zu agieren Leider besteht meine einzige Information dazu In den Koordinaten des In den Koordinaten des Verhandlungsortes Die Wachen verhaften mich im Hafen Wegen lächerlichen Vorwürfen Die drohen mein Schiff zu beschlagnahmen Bis ich die gefreute Summe aufgetrieben habe Sammle 5000 Piaster und bringe sie dem Wachmann Fahre aber zunächst von ihr weg Was ist das für ein dämlicher Auftrag? Wir haben nichts anderes übrig Als diesem Idioten mein Geld zu übergeben Ihr müsst die Seeker besuchen Und einen Spezialauftrag übernehmen Besuche die Silberinsel und erhält Simon Piaster Königliche Großzügigkeit Das waren auch letztendlich die 5000 Die wir irgendwie holen sollen Und ja es wird noch 8000 weitere Fragezeichen geben Der Kapitän des Schiffs übergab mir einen Brief Und meinte, dass der Adressat ziemlich weit weg Von hier hinter dem Felsen ist Anscheinend dürfen sich die beiden nicht persönlich treffen Um nicht erkannt zu werden Also das sind nicht beide Königliche Ich habe eben erst nicht auf die Flagge geachtet Es wartete hinter dem Felsen in der Tat ein Schiff auf uns Ich gab den Brief ab Und nach nur einer halben Stunde bekam ich einen Umschlag mit ihrer Antwort Ja Ich bin ein gefürchteter Pirat Aber ich bring gerne eure Briefe von A nach B Sind beide Königliche In welch übrigen Geschäfte sind diese Leute verwickelt Wenn sie nicht einmal Wenn sie sich nicht einmal sehen dürfen Aber egal, die Belohnung war hübsch hoch Ja Für sowas Billiges 1200 Und die dämliche Quest ist nicht weggegangen Nun gut, es ist mir nicht sonderlich gut Willkommen, die beiden Schiffe der Unterhändler zu sehen Sie haben mir selten auf den Hals gehetzt Ich habe einen Spezialtruck mit einem geheimen Giftmechanismus von den Seekern bestellt Während sie die fertigen, muss ich 5000 Piaster für den Wachhauptmann auftreiben Damit er keinen Verdacht schöpft Ah, das müsste ich tun hier Upsala Und Absturz Da ist ein Zeichen Dass wir jetzt erstmal nicht weiterspielen Sondern Feierabend machen Das ist ein Zeichen Das ist ein Zeichen